Das ist nur eine PTU. So, ja, ich habe jetzt gedacht, ich fange ein bisschen eher an, damit ich mit den Leuten kurz ein bisschen reden kann. Soll ich nochmal gehen? Das ist so ein bisschen... Nee, nee, du bleibst jetzt gefälligst hier, oder was? Das kannst du jetzt hier, nee. Ich habe jetzt ein Tag ein bisschen für dich jetzt gemacht, so kann man mal nochmal machen. Hier, Chat Astro, Ausrufezeichen Astro, da findet ihr schon die ersten zwei Stars, die sind übersetzten Panels, also beziehungsweise nicht die ersten zwei Panels, sondern das erste Panel in zwei Teilen. Und ich sage nur Hashtag Wolken. Hashtag Wolken. Genau, hallo Katscheng. Moin. Lustigerweise, das erste, ich habe jetzt ja die ersten zwei Abschnitte übersetzt, weil es ist einfach, wenn man das Satz für Satz übersetzt, ist es echt viel. Das erste Video, von dem ich eigentlich dachte, das interessiert keinen, das ist durch die Decke gegangen. Und das zweite, wo ich nämlich dachte, boah, das gucken ganz viele Leute mit den Wolken, das performt unterdurchschnittlich. Das ist schon ganz spannend. Die meisten kennen die Infos halt schon wahrscheinlich, deswegen, ja, keine Ahnung. Oder es fehlt einfach noch ein bisschen der letzte Schliff so ein bisschen. Weiß ich nicht. Also man steckt in der Community nicht drin. Das habe ich nicht zum ersten Mal gehabt, dass ich dachte, ah, das Video wird die alle interessieren und dann guckt es irgendwie gefühlt keiner. Ja, also ich habe schon gestern bei Tipi so ein bisschen sinniert, dass ich sagte, ich verstehe gar nicht, warum. Also bisher habe ich keinen Creator gefunden, der sich wirklich mal hinsetzt und die im Detail anguckt, weil also die Zusammenfassungen, die gibt es ja überall. Aber wenn man sich das wirklich mal im Detail anschaut, dann stecken da schon echt viele spannende Informationen drin, finde ich. Ich habe jetzt diese Outpost-Geschichte, wo die, das war ja extrem monoton, da haben wir gesagt, Gott, ist das langweilig, bitte mach das mal weiter. Ja, ja, den zweiten Teil zumindest. Ja, genau. Also ich habe das jetzt aber fertig übersetzt. Ich bin gerade dabei, das Skript zu lektorieren und dann kann ich das einsprechend produzieren gehen. Das ist spannend. Das ist echt interessant, wie die, was sie so für Gedanken haben, wie die die Outposts konzeptioniert haben, was sie sich für, dass sie komplett neue Tools schreiben mussten, dass die, wie die Outposts bisher funktioniert haben, und dass sie das so nicht weitermachen konnten und so. Das habe ich alles überhaupt nicht mitbekommen, weil mich, wie gesagt, diese monotone Art, von denen zu erzählen, einfach komplett liegen gelassen hat auf dem Weg. Ja, genau. Und jetzt musst du dich das nochmal reinziehen, diese monotone Art. Das hast du ja alles richtig gemacht. Nee, aber es ist ja spannend. Es macht ja wirklich Spaß und es ist sehr, sehr interessant. Ja, das glaube ich dir. Ich hatte mich gerade erzählen, die 400i ist ja eingeschlagen wie eine Bombe in der Community. Das hast du ja so ein bisschen mitbekommen. Die Leute heulen ja alle rum. Den Leuten kannst du es nicht recht machen. Warum das denn? Die Leute haben rumgeheult, weil die 20 Zentimeter zu niedrig war, weil du dort kein schmutziges, schlammbegrabenes Rock-Mining-Fahrzeug reinbekommen hast hinten. Das haben sie ja mittlerweile jetzt geändert seit letzter Nacht. Also es heißt, ihr könnt jetzt mittlerweile auch Rocks in dieses Schiff fahren. Ihr könnt jetzt auch Cycling-MTs mit den Raketenaufsatz oben reinfahren und sowas. Finde ich lore-technisch eine Katastrophe. Ich habe doch kein Mining, kein Luxusschiff und mache das doch nur höher, damit ich so ein Bergbau-Fahrzeug reinballern kann. Aber das Nichtschlimmere ist, die Leute heulen alle rum wegen der Bewaffnung. Die zwei mal Size 4 Hardpoints, die die vorne hat und die zwei Geschütztürme, da sagen die Leute, ich brauche mehr Waffen-Power. Weißt du warum? Weil die LG eine ganz dumme Entscheidung getroffen hat. Die haben gesagt, die 400i positioniert sich bei einer Corsa und bei einer Aquila und ich sehe die überhaupt nicht da. Weder von der Größe, klar von der Länge her, aber nicht vom Gesamtvolumen und auch nicht von der Bewaffnung. Weil das ist ein klar, wenn man es mal richtig realistisch betrachtet, ist das Schiff viel, viel kleiner. Nur weil es fast genauso lang ist, bis auf die 5 Meter. Aber sie ist ja viel schmäler, weißt du? Die hat viel weniger Innenraum. Und jetzt wollen die alle, dass dieses Schiff Size 5 Waffen vorne an der Front bekommt. Was auch total das Design kaputt machen würde. Meinst du, die macht das? Ich hoffe nicht. Ich will das Schiff mir noch heute oder morgen kaufen. Hoffentlich. Also das ist ja... Hui. Hui. Hallo Yuki, guten Morgen. Deswegen, ja, es gab wieder gestern einen Patch. Leider ist dieser 30k Trading Hotfix nicht gekommen. Ah, schade. Und ich bin der Meinung, wir hatten den schon mal. Vor anderthalb Jahren. Der hat nicht so gut funktioniert. Gestern war die Hölle. Wir haben bestimmt 6 Stunden gespielt und hatten in 6 Stunden 6 Server Crashes. Mist. Mal gucken, wie dieser Patch jetzt heute wird. Mal gucken, wie dieser Patch heute wird. Es gibt wieder einen 400E-Polish-Pass. Genau, das ist der ja. Und ein paar gewisse Verbesserungen wurden gemacht. Es gibt ein paar Bugfixes für gewisse Geschichten. Also es ist nicht, worüber man reden muss. Ich habe 10 Client-Crashes, die gefixt wurden. Ich hatte fast gar keine. Ich hatte gar keinen Client-Crash. Ich hatte nur Server-Crashes. Und die wurden jetzt angeblich auch gefixt. Also zwei Stück. Und ein Backend-Service-Timeout wurde gefixt. Also quasi, denke ich mal, für das Inventory. So. Also sehr, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Es gibt übrigens einen Hinweis dazu, dass der CIG hat einen Hinweis geschrieben in den Patch-Notes, dass du ja aktuell deine Pledge-Items verlierst. Also sie sind sich durchaus anscheinend schon bewusst, dass das nicht ein Dauerzustand sein kann. Also ist die Thematik, weil die Leute immer worum diskutieren, wie das mit den Items ist, ist eigentlich damit ja hinfällig, logischerweise. Weil CIG ja schon sagt, hey, das ist ein Non-Issue. Das soll so nicht sein. Also wird das so später nicht so sein. Das ist immer wieder beim Thema, was wir schon mal besprochen haben. Thema europäisches Verbraucherschutzrecht, weil du kaufst ja ein Produkt, hast ja eine Rechnung, Mehrwertsteuer, ausgewiesene Steuer, bla, 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 bla. Aber das kann ja nicht passieren, deswegen gibt es da Probleme. Genau, dann hast du noch diesen Server-Crash nach Infinite-Loading-Stream, nach Server-Crash. Du kriegst jetzt kein Bad-Token in der Regel mehr angezeigt. Und der Ground-Vehicle and Initial Thorn-Point. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Hey, Baxter, grüß dich. Bloodbringer, hallo Xaradon, hallo Master Mats. Genau, also es ist eigentlich jetzt nichts großartig Interessantes. Schauen wir mal. Ich habe übrigens meine Citizen-Items immer noch nicht erhalten. Und da hat sich ja Silo jetzt, glaube ich, nochmal die Nacht dazu gemeldet, dass wir noch ein paar Probleme haben. Und sich der Sache nochmal annehmen werden. Also wenn ihr aktuell keine Items bekommen habt, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann kommt noch ein bisschen was. Satorin, moin, hallo Dirk, hi. Dass die Leute sich deswegen immer so aufregen, wenn die nur so ein paar blöde Items haben. Mein Gott, wenn die ersten drei Jahre da sind, ist das auch nicht schlimm. Nee, aufregen tut sich bei den Items, schrägst sich genau auf. Die fragen halt nur, wo sind denn die? Die sollten doch schon da sein. Was ist denn da los? Das verstehe ich auch. Also wenn CRG sagt, ja, es kommt am Montag raus. Dann habt ihr die nächsten paar Tage in verschiedenen Wellen, habt ihr die. Und die breite Masse hat noch keine. Schwierig. Schwierig. Das sind so Sachen da, keine Ahnung. So kriege ich mit den Schultern. Das interessiert mich nicht wirklich. Wieso muss ich bei Twitch eigentlich im Moment jeden Tag, wenn ich mich hier, wenn ich den Browser öffne, muss ich jedes Mal die E-Mail bestätigen. Das nervt. Ich weiß, das musste ich auch machen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ja. Ich habe einfach meine Business-E-Mail jetzt eingetragen und seitdem geht das. Ach was. Ich habe meine E-Mail-Adresse geändert. Ja, ich weiß, ich musste das seit drei Wochen jeden Tag machen. Ja. Und fünfmal, das hatten wir das Problem bei der Weisheit, die Citizen-Connect ja gestreamt haben, hatte ich das Problem ja auch. Das war richtig belastend. Das war mega belastend, weil ich konnte erst mal nicht schreiben. Ich musste deswegen hier ja so komisch halb verkrampfter Notebook auf der Couch. Mega, mega nervig. Weil ich meine E-Mail-Adresse nochmal verifizieren musste und ich habe das während des Citizen-Konstüm schon zweimal verifiziert gehabt. Das war einfach nicht so pralle. Das war einfach so, oh nee. Meister, das hängt mit diesem Hack zusammen da von Twitch. Nee, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe meine E-Mail-Adresse geändert auf meine Business-Mail und ich weiß nicht, funktioniert wirklich so eine Bestätigung, dass es gemacht wurde und dann nach drei Stunden aktualisierst du mal die Webseite oder so und dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Ja, ich probiere das jetzt auch mal und trage ich mal eine andere Adresse ein, die ich eigentlich dafür nicht nehme. Eigentlich so gerade für solche Sachen nehme ich meine Spam-Mail-Adressen, da habe ich so zwei Stück von. Nimm doch einfach super Schling-Ding-Dong-Dödel-9000. Ja. Das passt doch. So, Dirk, nee, kann man es vom Nagel hören. Guten Morgen. Ja, Xarodon, das ist okay, dass du das Problem nicht hast. Geht es ja eigentlich mittlerweile wieder ein bisschen ausrouter? Eigentlich, ein bisschen zumindest. Will ich? Ja. Ja, ja, ja. Alles gut. Also das merke ich so extrem, dieses Freitags-Frei-Haben, das ist so Gold wert. Das ist ein Träum, ein Träumchen. Verstehe, ich bin nicht ganz bei dir. Wir haben ja jetzt die Con gehabt, dann hast du ja mir ein bisschen was geschrieben und dann hast du jetzt noch die, da war ich ja total überrascht nach dem, was du mir geschrieben hattest, privat, dass du die Panels schon angefangen hast zu übersetzen. Da habe ich mir gedacht, hä, ist das jetzt, hat das schon im Voraus die Videos gehabt oder so? Da war ich echt positiv überrascht, habe mir sogar gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ja. Also, ich werde nicht alle übersetzen, weil die werden ja auch irgendwann alt, diese Inhalte, aber ich habe mir fest vorgenommen, das erste will ich auf jeden Fall machen, weil ich das persönlich einfach sehr spannend fand, ist ja auch spannend. Ich denke, ich mache insgesamt vier Teile. Also jetzt kommen noch die Outposts und dann kommt ja dieser Panel, wo sie, oder der Abschnitt des ersten Panels, wo sie dieses Live-Gameplay nebenbei laufen haben oder das Gameplay, sagen wir mal so, ob es live war, weiß ich nicht. Und das, denke ich, werde ich in einem Rutsch durch übersetzen. Das wird dann nächste Woche kommen, denke ich. Und dann wollte ich noch Gen 12 machen und Cybermashing und dann soll es das eigentlich gewesen sein. Das sind für mich so die Kernelemente gewesen. Nein, du musst doch das Audio-Design mitmachen. Oh, ey, Audio, das war so langweilig. Das war echt so langweilig. Ich habe mir auch so gedacht, CIG, please. Was habt ihr da gemacht, ey? Hätten sie doch mal Pedro einladen können oder so. Irgendwie so ein bisschen was Interessantes machen, aber ja. Dass die ganze Zeit über irgend so ein komisches Audio-Tool zu berichten, war jetzt auch nie gerade die Krönung. Da hast du schon recht. Naja, wenn wir uns jetzt gemeinsam die PTU anschauen wollen, dann, ich weiß jetzt nicht, also wenn du jetzt heute noch nie gestartet hast, müssten wir kurz, müssten wir uns noch eine Spawn-Location aussuchen. Achso, ja, ich habe es gerade aktualisiert. Ich launche jetzt mal. Ich bin auch gar nicht drin gewesen in PTU 0,000. Das ist okay, aber wir müssen uns jetzt festlegen, wo wir jetzt starten. Also theoretisch macht ja eigentlich Außen Sinn, weil Außen hat er diese kompletten neuen Locations, die ich persönlich sehr schön finde. Also ich würde sagen, irgendwas so Lorville oder Aroncorp, irgendwas altbekanntes. Was altbekanntes? Ja. Du willst dir die Frames nicht antun? Nee. Ich will mir auch diese langen Startzeiten nicht antun. Okay, na gut, ich dachte, weil die Locations ja komplett neu sind. Dann lass uns aber eher New Babbage nehmen, weil da sind wir flexibel bei ein paar Geschichten. Was ich dir auf jeden Fall bestätigen kann, die haben das Reputationssystem ganz schön aufgebohrt. Also da sind ganz schön viele neue Missionsinhalte dabei. Also das habe ich gar nicht so erwartet. Da haben wir schon intensiv getestet und getan und gemacht. Und ein paar Sachen sind noch ein bisschen buggy. Also gestern war ja richtig Hölle. Wir haben gestern eine Crimestead-Mission gemacht, also Bounty Hunting im Bunker. Ist natürlich super. Fliegst jetzt mit der A2 drüber, wirfst eine Bombe ab, die Leute gehen rein, machen den Bunker kalt, looten ein bisschen. Und als wir das gestern gemacht haben, kamen wir auf einmal die UE-Security und hat unser Schiff zerschossen. Das ist ja geil. Wir waren mit 2A2 da gewesen und ich nehme jetzt New Ravage Spawn. Wir müssen danach sowieso wieder raus. Und wir waren mit 2A2 da gewesen und auf einmal sagt der Kollege so, Live Hunter sagt so, ey Robert, euer Schiff wird zerschossen. Ich so, von wem? Das ist die UE-Navy, UE-Security. Ich so, hä? Wir machen doch gerade einen Bounty Hunting Auftrag. Wir sind doch nicht kriminell. Und da haben die unser Schiff zerschossen und dann haben wir gedacht, ah scheiß drauf. Nehmen wir nur die Leichen aus dem Bunker mit, weißt du? Den Motorrektorbeam genommen, Leichen einkassiert, geht los. Und dann haben wir angefangen, die Leichen zu verladen. Dann wurde die zweite A2 beschossen. Dann haben wir uns gegenseitig angeschrien. Ich habe Live Hunter Anweisungen gegeben. Schildmanagement so, Energiezuweisung so, dies, das, jenes. Dann ist der abgehoben. Dann habe ich geschrieben, komm wieder zurück, lass mich doch nicht hier alleine und so ein Scheiß. Und dann sind wir mit den Leichen. Wir sind gerade so weggekommen. Das Schiff ist schon knallerrot am Brennen, am Leuchten, alles knack, knack, knack. Und dann sind wir so bei der Raumstation angekommen. Und dann haben wir immer so, ey Jungs, da kommen Raketen. Was? Dann hat es die Station angefangen zu beschießen, weil wir die Leichen im Ruck im Kofferraum hatten. Wie geil ist das denn? Das war gestern so abenteuerlich, sage ich dir. Dann sind wir weggeflogen, haben die Leichen rausgeschmissen. Während wir das gemacht haben, ist Minion noch aus dem Schiff gefallen. Dann mussten wir wieder einsammeln, weil er aus der Bombenbay gefallen ist. Herrlich, herrlich. Also das macht echt Spaß, sage ich dir. Hallo Falklord, moin moin. Ah. Das ist ja heftig. Ach so, doch, Kai weiß schon, dass man Überdosen geben kann. Ich habe dem Kai gestern ein bisschen was geschrieben. So, Staten-System und New Babbage. Genau. Set as Primary Residence, gut, ist ja nur PTU. Confirm. Also es ist halt aktuell auch der Bug, dass wenn du jetzt zum Beispiel Area 18 nehmen würdest oder Orison, dass du halt keine Fahrzeug-Spawns dann hast. Also die ganzen Fahrzeuge stehen dir nicht zur Verfügung. Okay. Ach, jetzt habe ich auf Confirm gedrückt. Ist ja irgendwie auch Quatsch, ne? Weil jetzt gehen wir unabhängig in so ein Bild rein von einem... Ne, das musst du aber auch anfangen, sonst hast du keine Freundesliste. Deswegen stand ja unten rechts im Hauptscreen, du musst erst mal reingehen, bevor du eine Haupt-Freundesliste bekommst. Hm, okay, okay. Deswegen, ähm, es ist jetzt so, ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt wieder ins Hauptmenü zurückgekehrt und wenn du dann soweit bist, kommst du einfach wieder, wenn der Initial-Spawn durch ist. Okay. Das geht gerade leider nie anders. Ne, aber das kann ich dir sagen, du, Spaß ist vorprogrammiert. Medical Gameplay macht echt Spaß. Mhm. Und es ist so, wie ich dir gesagt habe. Du hast, also, also, die Leute sind begeistert von Medical Gameplay, weil die sterben nicht mehr am laufenden Band. Mhm. Und das ist überhaupt nicht so aggressiv, wie du es dir wahrscheinlich vorgestellt hast. Das ist wirklich sehr angenehm. Und natürlich kann, natürlich, wenn du in eine Situation kommst, dass du mal stirbst, weil es nicht anders geht, weil du halt, weil du halt, weißt du es nicht, du kannst ja bei Grimax, jetzt kannst du zum Beispiel über das Geländer springen und da landest du neben dem Fahrstuhl in diesem dunklen Schacht unten drin. Na, dann musst du dich halt umbringen. Dann hast du halt Pech gehabt, beziehungsweise du stirbst dann Initial. Oder wenn du irgendwo rausklitscht, wie gestern zum Beispiel bei New Beverage Spawn aufgestanden und bin dir aus dem Turm rausgefallen. Da habe ich eine Escape und Exit to Menu gedrückt im freien Flug. Da würdest du so oder so sterben, auch in der Live-Version. Aber prinzipiell, dieses Medical Gameplay ist mega, mega cool. Es macht mega, mega viel Spaß. Und du hast eine viel höhere Überlebenschance als vorneweg. Also es ist wirklich deutlich, deutlich höher, wie ich es angekündigt habe. Ja, cool. New's Inventory-System ist ein bisschen glitchy, ein bisschen clunky und du musst nicht dieses D&D nehmen, was du kennst. Also was du gesehen hast, die haben mehrere Optionen drin. So, ich gehe jetzt wieder ins Menü raus? Ja, bitte. So, ich habe jetzt auch mal den Twitch-Chat angemacht, damit ich sehe, was die Community alles für böse Sachen über mich schreibt. Genau, das schlägt mal los. Was, Coroplex hat zum Beispiel schon geschrieben, Audio haben sie eingebaut, damit man auch mal auf der Lette gehen kann. Das war das Pausenmodul. Böse. Das ist aber eigentlich frustrierend, weil für mich war das Sounddesign, auch für Parnier war das Sounddesign, also für uns beide war das Sounddesign das beste Panel, was wir eigentlich erwartet haben. Aus diversen Gründen, die eigentlich auch auf der Hand lagen, aber dass dann sowas um die Ecke kommt, könnte ja niemand ahnen. Das konnte ja niemand ahnen. So, jetzt müssen wir uns... Eine Freundschaftsanfrage geschickt. Hast du? Mhm. Ach cool, jetzt habe ich da unten ein Ausrufezeichen. Jetzt, wenn ich draufklicke, wird das was eingeblendet. Nice. Invite to Party. Astro ist ein ganz schlimmer. Absolut. Du müsstest... Ach, so perfekt. Siehste. Na dann, gehen wir mal rein. Juri! Ja, wunderschönen guten Morgen. Hui! Danke für dein Rate. Oder Host. Das ist ein Host, ne? Warum wird denn der nicht angezeigt? Oder wurde der angezeigt? Es gab nur keinen Ton. Hier im... Im Chat steht nix. Dankeschön. Nini, der ist... Hast du dir die 400i jetzt gekauft? Adventskalender machen wieder mal. Das war das einzige Jahr aufgrund von Corona und finanziellen Umständen, die da mit einhergingen, konnte ich das ja leider nicht tun. Weil so ein Adventskalender, der kostet halt schon mal locker 300, 400 Euro für die Star Citizen Community. Das ist halt viel Geld, ne? Jungs. Das habe ich die Jahre davor immer gemacht und dieser will ich wieder inmachen. Deswegen... Pandemic, guten Morgen. Hallo Danix. Hi, hi. Mal deswegen mal schauen, wie es dieses Jahr läuft, aber ich will jetzt trotzdem die 400i erstmal holen. Direkt war für mich Prio. Das ist ein schönes Schiff. Die mit LTI ist keine schlechte Idee. Ich mag sie nicht, aber das ist ja Geschmackssache. Da lässt sie nicht drüber streiten. Genau. Ich finde die Liberator total cool unter dem Strich. Und habe ich das bei dir? Ich habe das bei dir, glaube ich, im Chat geschrieben. Ich hatte mir vor Jahren, bestimmt schon drei Jahre her, habe ich mir die Idris gekauft. Und irgendwann kam die 890 Jump ins Spiel. Und dann habe ich begriffen, was es bedeutet, so ein Riesenschiff zu haben. Und seitdem habe ich mir gedacht, scheiße, ich muss diese Idris wieder loswerden. Hast du jetzt eigentlich gemacht, oder? Ich habe sie jetzt eingeschmolzen und vielleicht werde ich mir als Platzhalter mal das Master-Set holen, die Endeavor. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, die Liberator geholt. Und das schadet ja nie, so ein bisschen In-Game-Kohle zu haben, um die Schiffe dann mal auszuprobieren. Dann holst du dir den, schmilzt dir wieder ein und so weiter. Deswegen habe ich mir aus Spaß jetzt auch die 400i geholt und werde die irgendwann wieder einschmelzen, obwohl ich die nicht mag. Aber so, ja, kann ich halt, habe ich wieder ein bisschen, ohne frisches Geld reinzuschmeißen, wieder die Möglichkeit ein bisschen hin und her zu switchen. Ja. Ich mag sie halt, weil sie ist halt vor allem, als drei- oder vier-Personen-Schiff finde ich die halt echt super. Die ist ja klein, kompakt und die hat auch keine Platzverschwendung. Ist mal wirklich, also design-technisch wieder mal ein Stück, wo ich sage so, oh, gefällt mir sehr gut. Alter, ich tapp total die Shader-Fehler. Hast du die auch, wenn du draußen aus dem Fenster guckst, lauter? Ja, hast du den User-Folder gelöscht? Ah, nee. Fuck, habe ich vergessen beim Quatschen. Ich mache das nochmal kurz, okay, ich komme da nicht wieder rein. Ich gehe nochmal raus. Ah, ich komme nochmal ins Hauptmenü, ist alles okay. Ich finde das Server-Indie so geil. Ist okay. Das sollte ja, da gibt es ja aktuell auch allgemein einen großen, 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 neuen Ichi. Da existierte schon seit 3.14 mit den Shadern. Da sollte in 3.15 gefixt sein, 3.14 oder 3.15. Und jetzt haben das schon wieder über 200 Leute contributed, glaube ich, insgesamt. Boah. Mein Simon. Ja, die Shader-Fehler sind aktuell übelst bekannt bei CIG. Das ist ja ärgerlich. Boah, vielleicht veraltetes Tool genommen. Keine Ahnung. Nicht aktualisierte Bibliotheken. Who knows? Ich war wieder erstaunt, wie gesagt, dass ich jetzt diese Outpost-Geschichte übersetzt habe, aber dass sie da auch wieder neue Tools für entwickeln mussten. Und dann habe ich mir so gedacht, na klar, die sind halt noch mitten in der Entwicklung. Und das, was, es wird immer wieder passieren, das, was sie gemacht haben, dass sie dann feststellen, also bei einem normalen Spiel, in einem begrenzten Rahmen, da würde man dann sagen, fuck it. Wir machen das mit dem Material, mit den Tools, mit denen wir haben. Aber CIG muss ja immer auf das Zielszenario gucken. Und die haben mal was gebaut, so vor sich hingepuzzelt, haben festgestellt, ah, es funktioniert, das ist ja cool. Haben das ein bisschen benutzt und dann stellen sie fest, oh, scheiße, in der, ja, in dem Ausmaß, in der Dimension, wie wir das vorhaben, funktioniert das ja überhaupt nicht. Auf Basis dessen, was wir gerade gelernt haben, lass uns mal neue Tools bauen. Ja, das klingt irgendwie lustig, aber ich finde es einfach cool, dass sie die Möglichkeit haben und dass sie das dann wirklich auch umsetzen. Ich finde das ganz spannend, einfach so diese Erkenntnis. Und das, ja, sollte man denen auch zugutehalten und nicht negativ werden. Das ist ja klassische Engine-Entwicklung, ne? Ja. Wenn man mal ehrlich ist, das ist ja, das gehört ja zu einer klassischen, klassischen Engine-Entwicklung, gehört das ja einfach vollkommen dazu, dass du ja Tools, ja, Designs bastelst und dann guckst, funktioniert es okay bis zu einem gewissen Punkt, das funktioniert es halt nicht mehr und dann machst du halt, erweiterst du es oder schreibst nochmal neu, genauso wie du es gerade erklärt hast. Hallo Palmo, moin, nee, Jagdlöften, ich habe gerade was geguckt. Und da musst du halt durchaus los in dem Moment, ne? Aber das zeigt halt auch wieder, dass die Leute, denen fehlt das Verständnis dafür, worin der Unterschied liegt in der Entwicklung von Star Citizen zu anderen konventionellen Spielen. Da bist du ja in der Regel da, ja, die Engine ist ja meistens schon fertig, ne? Das ist ja halt hier nicht. Sollen wir mal ganz kurz die Grafik nochmal einstellen? Alles gut, entspann dich. Bin total entspannt. Wie gesagt, also ich habe, ich finde das, es fehlt mir zwar jetzt Geld jeden Monat, aber ich möchte das nicht missen, das ist so der Hammer, das ist wie jedes Wochenende Kurzurlaub haben, wenn du freitags frei hast, das ist einfach geil. Ich weiß, ich kenne das. Das ist einfach geil, du hast, du arbeitest halt von Montag bis Donnerstag und ich habe zu meinem Chef auch schon gesagt, du ganz ehrlich, ich arbeite auch gerne die 40 Stunden von Montag bis Donnerstag und mir ist das einfach total buggy. Ob ich jetzt jeden Tag zwei Stunden mehr rumpimmel und davon eine halbe Stunde produktiv bin oder nee. Und eine halbe Zeit ist doch egal. Also wir brauchen uns nichts vormachen. Wenn du acht Stunden auf Arbeit bist, bist du höchstens fünf oder sechs Stunden produktiv. Der Rest ist eher so Halligalli, mal ein bisschen Kaffee trinken, mal hier kurz ein bisschen klönen, ein bisschen schnacken. Und wenn du dann zwei Stunden länger bist, dann arbeitest du so, ob es effektiv eine Stunde länger. Genau. Und das war halt auch so meine Aussage gegenüber meinem Chef, der grundsätzlich sowieso überhaupt kein Problem damit hat. Aber ich sagte, dieser eine Tag mehr, den ich arbeite, ich bin super unproduktiv. Ich kriege nichts mehr auf die Kette. Ich bin montags schon irgendwie fertig mit den Nerven und sitze hier, sehe die Arbeit und schaffe sie nicht, weil ich einfach ausgelockt bin. Und jetzt habe ich wieder diesen Tag mehr Urlaub und ich merke richtig, dass ich wieder Montag bis Donnerstag, arbeite, dass ich meine Arbeit schaffe und das ist so befriedigend. Und freitags mache ich jetzt wieder Videos und da habe ich super viel Spaß dran. Ich habe jetzt wieder Spaß daran, es ist kein Stress mehr und ja, es ist einfach eine Win-Win-Win-Situation. Für alle, am meisten für dich. So, der Film safe. Wir können jetzt nochmal ordentlich, der Film safe. Vielen, vielen lieben Dank für fünf Monate. Das ist immer ein bisschen schwierig, da sowas schnell dazwischen zu schieben, wenn man sich hier gerade so schön entspannt unterhält. Deswegen nie sauer sein, wenn ich da, sage ich mal, ganz nebenbei so Danke sage. Ich nehme das schon aktiv mit. Aber ich würde halt ungern den Dialog hier so unterbrechen. Und Rolf Phoenix, guten Morgen. Hi. Nö, das merkt man aber auch. Das ist alles sehr viel, sehr viel schöner. Vor allem ist es halt auch meine Lebensqualität. Man wird ja auch nicht jünger, man will ja noch ein bisschen was haben von seinem Alltag. Ja. Deswegen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mit 50 Jahren noch aktiv zu arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Habe ich ja... Muss man irgendwie durch, ne? Also mit 50, ja, bin mal gespannt. Vielleicht kannst du ja deine Streaming-Aktivität und so weiter so weit ausbauen, dass du davon irgendwann leben könntest, aber... Nee, das glaube ich nicht. Ja, ist schon schwierig, ne? Dann wirst du in so eine Situation reinkommen, haben wir uns ja letztens darüber unterhalten, die großen Streamer, die sagen, boah, eigentlich würde ich viel lieber noch streamen und hätte meine 3, 4, 5.000 Follower, das ist noch entspannt. Und dann ist es noch Hobby, aber wenn man erstmal richtig Zehntausende von Followern hat und 100.000 Euro an Geld verdient, dann, ja, dann hast du dein Privatleben eben an den Nagel gehängt und das ist nicht schön auf Dauer. Nö, das ist auch nicht. Das ist das ganze Geld nichts. Nagelhörns-Kommentar ist auch gut. Ich habe ja nichts gegen Arbeiten, aber unter der Woche sollen wir mich damit in Ruhe lassen. Sehr gutes Kommentar. Sehr gutes Kommentar. Es kommt echt drauf an. Ja, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wann über F2 kommt, Juri, mal. Keine Ahnung, keine Spekulation in dem Fall. Ah, guck, der Server ist besser. Ich hatte vorhin nur 30 Frames, jetzt habe ich 60. Das passt. Ich habe auch keine Quadrate mehr hier. Ach, guck mal, der Psychshot ist auch auf dem Server. Hallo, schönen guten Tag. Hi. Hi, was geht's? Okay, warte mal, ich muss um, ich habe das nicht gekeybeindet. Ich auch nicht. Ich tippe das immer in den Chat ein. Mach einfach das hier. Du hast ja, ist das eine Frau? Man muss sich damit selbstständig machen. Du hast einen Kerl mit so einem Dutt obendrauf. Ja, ich tippe das immer in der Welt. Ja, ja. Frechster schreibt gerade, wenn man sich damit selbstständig macht, hat man mit dem eigentlichen Hobby keinen Spaß mehr. Du musst streamen und gute Laune haben. Genau, und das ist ja das Ding, was ich bei mir nicht mache. Also ich bin ja nebenbei selbstständig damit. Ich verdiene ja auch mit Twitch, sage ich mal, mittlerweile fast ein, naja, es ist schon mittlerer dreistelliger Betrag, zuzüglich Donations und sowas. Also da kommt schon im Monat ein bisschen was rum. Nettes Taschengeld mittlerweile. Aber der Punkt bei mir ist, und das sage ich auch regelmäßig, Baxter, bei mir gibt's das nicht. Wenn ich schlechte Laune habe, habe ich schlechte Laune. Dann sage ich das auch. Wenn mir ihnen auf den Kranz geht, dann sage ich denen das auch. Wenn ich gute Laune habe, habe ich gute Laune. Ich bin halt ein Streamer oder allgemein ein Mensch, unabhängig davon, ob ich streame oder nicht. Ich bin authentisch. Ich zeige, wie es mir geht. Ich bin keiner, der sagt, wenn es mir schlecht geht, nee, die ganze Welt ist schön. Zu anderen Leuten nicht. Wenn mich einer fragt, dann sage ich, okay, das läuft gerade gut oder das läuft mir so gut oder, oder, oder. Und so haben mich die meisten, glaube ich, auch kennengelernt. Dass ich authentisch bin, dass ich ehrlich bin. Ich spiele den Leuten auch nichts vor. Und das ist halt das Thema. Und dann bin ich manchmal auch vielleicht ein bisschen fuchsig. Das gibt's hier auch manchmal. Aber das gehört einfach dazu. Dafür ist man ein Mensch. So. Genauso wie, ach du Scheiße. Ja, was los, Kai? Ich suche gerade meinen Equipment Manager und der ist weg. Das ist ganz okay. Mach mal das Mobiglas bitte zu. Okay. Jetzt drück mal bitte die Taste I. Ja. Ach. Das muss einem auch jemand sagen, dass man ein I drücken muss. Ja, deswegen sage ich dir das. Okay. So, Basic an sich ist, ja, wenn du, wenn, wenn, das ist ja natürlich dieses, dieses, dieses Inventory-System, wie wir es jetzt haben, wissen wir ja, das ist ja nur die Basis. Das ist ja erstmal ganz simpel. Aber kurz damit anfängt, was ich schon mega cool finde, du hoverst nur mit dem Cursor drüber über den Items und du hast schon alle Informationen, die du brauchst. Das finde ich persönlich schon mal mega, mega gut. So, dann hast du oben Filter, die du verwenden kannst. Hab ich gesehen, ja. Das ist alles noch ein bisschen clunky. Und die funktionieren aber meistens nur, wenn du mit dem Scrollrad rechts relativ weit oben bist. Meine Liste ist schon relativ lang. Das sind ja alles Items, die ich über die Jahre gesammelt habe. Und mit der rechten Maustaste kannst du die Kamera frei rotieren. Wenn du die gedrückt hältst und die Maus bewegst. Und mit dem Mausrad kannst du rein und raus. Also ich finde die Bedienung, finde ich im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die so ein Menü verwenden, mega gut. Theoretisch schon, aber irgendwie bin ich nackig, obwohl ich jetzt schon zigmal den Anzug drüber gezogen habe über den Körper. Ach, du hast dich schon ausgezogen und wieder angezogen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Entweder, genau, ich ziehe mich auch mal aus. Ich muss erst mal den Helm abnehmen. Ach, rechte Maustaste. Nee, er ist schon wieder nackig. Irgendwie behält er das nicht an. Das kann natürlich sein, dass das jetzt mit der Server-Synchronisation blöd ist. Zieh mal bei mir rüber. Genau, du siehst ja, wenn du den Anzug rüberziehst, siehst du dieses Vorschaubild, wie das aussehen würde. Und bei mir geht das zum Beispiel super. Mach mal es im Moment wieder zu und wieder auf. Manchmal gibt es noch Synchronitätsprobleme. Das ist übrigens der Entity-Craft, der hier auch schon greift. Das merkst du sofort, sobald du den Anzug hast. Und bei mir zum Beispiel, sobald ich den anlege, der ist sofort an meiner Spielfigur. Tja. Bei dir willst du nicht? Ich finde es ein bisschen unintuitiv, aber ist wahrscheinlich Gewöhnungssache. Ja, so viel anders kannst du es ja gar nicht machen. Das ist ja das Problem. Also in seiner Basis, ne? Was Pfeiltaste links-rechts macht auch noch was. Ach stimmt, mit dem Pfeiltaste links-rechts kannst du die vier Perspektiven durchswitchen. Du kannst das nicht einfach auf den Kerwichter ziehen, das ist komplett nicht drauf. Okay, jetzt behält er das hoffentlich mal an. Jetzt bin ich zumindest schon mal nicht mehr nackig. Weil das Problem war gerade, dadurch, dass er nackig war, konnte ich auch nichts anderes anziehen. Genau. Also normal, du müsstest halt entweder richtig auf den richtigen Punkt ziehen, oder du machst einfach wirklich Rechtsklick-Equip. Die Feinanordnung der Items und die Sortierung, weißt du, das ist mir persönlich aktuell in diesem Bild gar nicht wichtig. Mir ist erstmal wichtig, dass ich feststelle, aha, wie funktioniert das? Die Rotation um den Charakter finde ich sehr, sehr gut. Auch die Menüpunkte finde ich in der Regel sehr, sehr gut. Und dass ich halt Rechtsklick-Equip machen kann, das gefällt mir halt persönlich auch sehr, sehr gut. Da bin ich auch ein großer Fan von. Das müsste halt irgendwie so ein bisschen thematisch sortiert sein. Das ist halt alles komplett durcheinander. Und dadurch habe ich halt Schwierigkeiten zuzuordnen, was wo zugehört. Das finde ich unglücklich gemacht. Genau, und dafür hast du halt die Logik. Dafür hast du erstmal den Filter, dass du sagen kannst, bei den Filtern, will ich eine Rüstung haben, will ich Kleidung haben, will ich Weapons haben, will ich Utilities haben oder sonst irgendwas. Das ist mir klar. Das habe ich auch schon sofort erkannt und auch gemacht. Aber ich habe jetzt nach... Im Moment kann ich gerade gar nichts machen. Oh, fuck. Also ich habe auch irgendwie bei... Ich ziehe diese Fehler immer alle an. Die Leute wundern sich immer. Du hast nur diese ganzen Fehler. Ja, ich habe die einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt gefiltert nach Undersuits und Amor. Das ist auch schön, aber rechts ist halt in diesem Fenster dann alles durcheinander. Das wäre einfach ein bisschen hübscher, wenn sie das dann noch thematisch sortieren würden. Nach dem Odyssey und so. Weil jetzt ist alles durcheinander gewürfelt. Und das finde ich maximal unpraktisch. Da gebe ich dir recht. Aber das sind ja so Feinheiten, über die kann man ja dann reden, sage ich mal, wenn es so weit ist. Also das ist jetzt nicht, was der Technik, sage ich mal, ein Abbruch tut. Die Anordnung allerdings an sich, wie man sich anzuziehen hat, ich glaube, das muss dir CLG ja eigentlich gar nicht erklären. Das liegt ja der Logik, dass ich, bevor ich mir ein Rüstungsteil anlege, dass ich mir logischerweise als erstes erstmal ein Andersjud anziehe. Also wenn das ein Spieler nicht versteht, dann muss ich ihn halt auch mal ernsthaft fragen, wie ziehst du dich zu Hause an? Ziehst du zuerst deine Jeanshose an und dann deine Schlüpfer oder wie machst du das? Weißt du mich, Männer? Das ist halt wirklich selbsterklärend. Das ist routiniert. Also wenn ich Zivilkleidung anhaben will, dann muss ich natürlich den Andersjud ausziehen und dann erst meine Zivilkleidung anziehen. Das ist alles nachvollziehbar. Also davon brauche ich auch kein Tutorial. Und ansonsten machst du einfach wirklich, entweder ziehst du es drauf oder machst du halt Rechtsklick Equip. Da hast du verschiedene Möglichkeiten. Ähm, mit der Anrufung hast du natürlich vollkommen recht, da will ich gar nicht widersprechen. Kann ich auch gar nicht. Jetzt weiß ich auch, was die mit Performance-Problemen meinen. Was meinst du? Das ist schon krass. Ja, es lädt halt extrem langsam. Ich habe immer leere Felder und dann werden die nachgezogen. Ja. Jetzt packt er die Rüstung wieder nicht drauf. Okay, mit dem Nachladen, das habe ich ja auch, das sehe ich ja bei mir. Aber dass er die Rüstung nicht draufzieht, da habe ich echt gar keine Probleme mit. Also bei mir, ich muss die halt so draufziehen, dass ich dieses Vorschaubild dieser Rüstung halt schon sehe. Oder das Andersjud und dann macht er das auch. Ich mache das jetzt mit rechter Maustaste und Equip. Das funktioniert besser als das Rüberziehen. Ich denke, wie gesagt, das ist der Entity Graph, der einfach die Daten nicht schnell genug rüberzieht. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade meine Rüstung angezogen und ich habe links dieses kreiselnde Denk-Symbol, wo nichts passiert einfach. Okay, da muss ich jetzt sagen, das habe ich bisher noch bei niemandem gesehen. Du bist gerade der Allerallererste. Hast du schlechtes Internet zu Hause? Ja, ich habe noch 100 M-Bereitungen. Guck dein Sohn seine Provertärfilme. Nee, alles gut. Theoretisch, wenn ich jetzt Excel drücke, dann müsste der das so haben. Warte mal. Du hast das schon angelegt, das ist alles drauf. Sobald du dann, das ist ja das Schöne, das was du anlegst, sobald das Item in der Konfiguration an deinem Charakter ist, ist es auch für andere sichtbar. Das ist das, was ich meine. Da hat CLG nicht gelogen. Der Entity Graph hat das Ding echt beschleunigt beim Anlegen. Das ist richtig, richtig Hardcore. Also ich ziehe es drauf und das ist sofort da, für alle. Problem ist ja, dass das bei dir so komisch rumrödelt. Das habe ich so bisher noch bei keinem gehört. Ja, das ist so strange. Hallo Marco, guten Morgen. Hey Fexi, guten Morgen. Hi. Sie stapeln sogar die Items, wie zum Beispiel Madpens. Das finde ich zum Glück, haben sie auf jeden Fall gut gemacht, ja. Dass nicht jedes Item stacken ist richtig. Aber das müssen sie auch nicht. Aber der Rest ist Feinheiten. Man muss aber auch sagen, Astro, ich glaube, du wirst später nicht so 5000 Anlassjuts in deiner Bude haben, in deinem Inventar. Wahrscheinlich nicht, ja. Dass wir jetzt hier so viele Items wahrscheinlich haben, ist ja nur dessen geschuldet, weil wir über die Jahre gesammelt haben. Oh Gott, jetzt ist, ach so, das ist jetzt, jetzt verstehe ich den Fehler. Jetzt habe ich gerade testweise mir eine andere Rüstung angezogen, weil das sieht so seltsam aus hier, was ich hier mache. Und jetzt ist das Item, was ich vorher hatte, ist jetzt weg aus dem Menü. Das ist verschwunden. Welches Item? Ich hatte gerade die Rust Society Rüstung an und dann habe ich gedacht, irgendwie komisch, mir fehlen Inventarteile. Also ich habe nicht alle Rüstungen, die ich normalerweise habe. Dann habe ich mal testhalber, einfach um zu sehen, was für eine Auswirkung das hat, diesen Executive Core angezogen. Und jetzt ist der Rust Society Core weg. Es kann sein, dass er den Rust Society Core wieder zurückgelegt hat, aber ihn in ein anderes Bild verpasst hat und eine andere Größe. Das macht das Inventarsystem manchmal auch noch so ein bisschen. Dass also eben mal, weiß ich nicht, aus einer Wasserflasche eine Armrüstung wird und die Armrüstung dann so breit gezogen ist. Haben wir alle schon gehabt in den letzten Tagen. Ganz klassisch, da haben sie noch viel zu tun. Ja, aber ich muss sagen, von der Basis her ist es halt super. Also hätte ich so ein klassisches Drag-and-Drop-System wie bei DayZ und sowas, dann wäre ich auch bei dir, dass das halt nicht so geil ist. Von der klassischen Bedienbarkeit. Aber ich finde das hier eigentlich ganz okay mit der Kamerafahrt, dass ich sagen kann, ich mache Rechtsklick Equip. Oder ich kann Sachen auch da in die Hand nehmen oder sowas. Das finde ich schon sehr angenehm. Weil wie wirst du es sonst realisieren? Kannst du ja gar nicht, wenn du dich zwischen mehreren Menüs... Also da ist, glaube ich, auch dein Inventory-System ein bisschen schwierig, wenn du zum Teil mit dem Physical arbeiten willst. Was du ja meintest von Skyrim zum Beispiel, dieses Textbasierte. Das kannst du, glaube ich, hier gar nicht einbringen. So, Waffen anlegen. Achso, wir sind ja in der waffenfreien Zone. Aber das geht ja nicht, ne? Äh, doch, Waffen anlegen kannst du. Du kannst dir eine Waffe auf den Rücken ziehen. Nee, geht nicht. Hä? Ach, doch, jetzt. Eben wollte das nicht. Wird da immer wieder... Jetzt geht's. Ich verstehe nicht, warum du solche Probleme hast. Vielleicht sollten wir nochmal den Server wechseln, sonst macht das ja wirklich... Überhaupt keine Freude. Aber jetzt... Also man konnte ja früher zum Spiel zwei Waffen tragen, ne? Kann man das immer noch? Kannst du immer noch? Du musst nur die passende Rüstung dazu haben. Also es ging ja früher auch nur mit der passenden Rüstung. Ich glaube, bei deiner kannst du immer nur eine mitnehmen. Nee, die hatte ich immer zwei drauf. Aber ich habe auch, wenn ich rechts die Maustaste drücke, überhaupt nicht die Option, Equip zu drücken. Dann ist deine Rüstung schon voll. Genau, hier habe ich zum Beispiel gerade das Problem. Ich habe hier eine Devastor Pathfinder Shotgun und die trägt... Statt der Shotgun habe ich ein Anders-Ju-Symbol. Also das ist manchmal noch ein bisschen sehr... Bisschen sehr schwierig, ja. So kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Man muss sich halt reinfuchsen. Es dauert halt ein bisschen, ein paar Tage Übung. Das ist aber auch bei jedem anderen Spiel in diese Richtung so. Deswegen bin ich da sehr entspannt. Ja, fängst du sich auch so, ja. Ja, Magazine habe ich irgendwie keine. Hm, sehr lustig. Naja, gut. Deswegen... Ich muss mal kurz... Hier habe ich keine Emunition? Ah nein, meine Rucksäcke sind weg. Nein, meine ganzen Rucksäcke sind weg. Nein. Okay, krass. Jetzt sind... Alle meine Chores weg. Ich habe immer weniger Rüstungsteile. Wie machst du das? Dafür habe ich jetzt eine Waffe in der Auswahl meiner Rüstungen drin, die ich gar nicht ausgewählt habe im Filter. Wie machst du das bitte? Das ist komplett, komplett verbuggt. Also ich habe jetzt, äh, die, äh, 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 wir werden hier zwei Waffen angezeigt, die, warte mal, das ist ja interessant, äh, das ist ja interessant, äh, das ist ja abgefahren. Also ich habe mir jetzt gerade mein Scharfschützengewehr auf meinen Kopf gezogen und das ist gerade umgewandelt worden in einen Helm. Sicher, dass es nicht einfach nur der Helm war und dass er einfach nur das Scharfschützen-Symbol hatte? Deswegen finde ich es wichtig, im Inventory-System hast du ja, wenn du mit dem Cursor drüberhörst, die Informationen zu den Items. Ja, warte, ich mache einen Screenshot. Äh, äh, das ist, äh, warte mal kurz. Das kann ja sein, dass das wirklich der Helm war, also wirklich die Waffe, der Helm war, also dass in der Textbox der Helm stand, aber das Waffensymbol drauf war. So, ah, Discord. The Toxic, äh, immer, ihr müsst immer gucken, pass auf, weil ich gerade die Frage hoch im Chat lese, ich erkläre es nochmal. Es kann manchmal vorkommen, dass wenn ihr mit einem Item-Menü rumspielt, weil ihr die Item-Anordnung immer wieder erneuert, kann es zum Beispiel sein, dass auf einmal, das ist eine Waffe und ihr seht, das steht jetzt in der Textbox, der Western Pathfinder Shotgun. Und da kann es passieren, wie es zum Beispiel gerade passiert ist, kann es dann passieren, dass zum Beispiel statt dem Shotgun-Symbol zum Beispiel die Hosenbeine abgebildet sind. Dann denkt man sich, aha, ich rüste jetzt eine Hose aus, aber in Wirklichkeit ist es die Shotgun. Das kann natürlich auch genau andersrum passieren. Ja, dann musst du auf die Beschreibung gucken, ähm, was es tatsächlich ist, stelle ich gerade fest. Du darfst dich nicht auf das Symbol verlassen. Du darfst du nicht, waffst du nicht. Es gibt aber noch einen kleinen Hinweis für deine Waffenslots. Wenn du zum Beispiel über eine Waffe harrst mit dem Cursor, dann siehst du ja die Textbox von der Waffe. Und unten drunter steht zum Beispiel bei mir eins, äh, das ist die FS9 LMG und dann habe ich noch die zwei. Das heißt, ich weiß, ich habe zwei Waffenslots, ich kann zwei Waffen tragen. Mhm. So, wenn bei dir nur eins ist, hast du nur einen Waffenslot, das ist ein guter Indikator dafür. Okay. Dann haben sie was geändert. Also früher hatte ich halt immer die Möglichkeit, zwei Waffen rumzutragen, gerade mit dem Executive Suit. Aber naja, das ist nicht richtig gut. Kann ich mir gut vorstellen in der Toxic, aber ich glaube, dann mache ich dann doch lieber das Inventor zu und wieder auf. So. Auf jeden Fall siehst du gut aus, Kai. Ich glaube, du bist sicher, dass du deine Rüstungsplatte dann nicht mehr hast im Inventor. Ja, ist weg. Oh, das ist natürlich blöd. Ich frage mich, warum mir immer alle die Probleme haben. Bei mir läuft das immer so gut. Oh, das muss ich erst ein bisschen einspielen bei dir. Ja, schade. Jetzt habe ich diesen dämlichen Executive Core, der irgendwie überhaupt nicht zum Rest passt. Egal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hey, vielleicht habe ich ja was für dich. Können wir gleich mal das Trade ein bisschen machen hier. Genau, das ist da der hier, ne? Ist das nicht der hier? Oder wie hieß der? Ja, was, die Society, ne? Guck mal, jetzt nehme ich den bei mir in die Hand. Jetzt lege ich dir den auf den Boden. Zack, bitteschön. Okay. Darfst du den haben. Dankeschön. Das ist ganz easy. Also, das ist jetzt ein bisschen tricky, wie du vorgehst. Am besten. Das ist eh eine Möglichkeit. Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du denn auf Equip gedrückt? Das hat er schon gemacht. Das ist die erste Möglichkeit. Jetzt hast du ihn. Cool. Jetzt könnte ich dich töten und dich looten. Ne, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir später. Ja, es ist ein bisschen, ich gebe zu, der Anfang ist ein bisschen unständlich, wenn man es nicht kennt, wenn man mit sowas noch nie was zu tun hat in der T0-Iteration. Wenn man aber verstanden hat, wie das System funktioniert, ist das eigentlich relativ gut. Und wenn es nicht gerade rumbackt, wie bei dir. Ja, ich kenne die Bugs nicht. Für mich sind diese Bugs einfach nicht präsent. Jetzt hast du ja schon eine richtig geile Basis-Ausrüstung. Jetzt brauchen wir für dich noch ein bisschen Medical Equipment. Okay, er ist nackt. Scheiße, ich wollte doch nur kurz den Anders-Tut wechseln. Das ging früher. Das geht jetzt logischerweise nicht mehr. Fuck, jetzt ist alles wieder weg. Ist das schön. Ich will immer kurz den Anders-Tut wechseln und machen. Macht aber Sinn, ne? Wenn sie jetzt im Physical-Leist-Inventory irgendwann komplett übergehen wollen, geht das halt nur noch so. Ah, ich finde das so schön. So. Jetzt sieht er wieder komisch aus. Warte, ich habe vielleicht auch noch einen Anders-Tut für dich. Nee, ich lasse das jetzt so. Sonst bin ich hier zwei Stunden nur mit Bekleidung beschäftigt. Das ist ja auch scheiße. Nun küsst er euch endlich. Nee, nee, du. Das ist ja das Helmklasse-Tut. Nee, also ich sage, glaub mir, du kannst echt Spaß damit haben. Wenn du eh mal den Dreh raus hast, dann läuft das eigentlich relativ gut. Lass uns Schiffe holen. Fuck it. So. Nee, die Schiffe können wir noch nicht. Wir müssen noch woanders hin. Was? Aua. Aue. Du hast mich geschubst hier. Entschuldigung. Was ist denn sowas? Du siehst einfach so aus, als müsstest du mal nicht schubsen. Aha. Weißt du, weißt du, was wir auch schubsen können? Hm. Wir haben gestern, du kannst ja den Tractor-Beam mittlerweile verwenden in der Green Zone. Dann haben wir gestern mit Medical-Schränken die Wachen aus den Hangern von New Babbage gekillt und haben die Wachen gelootet und aus die Rüstung der Wachen angezogen. Das ist ja krass. Ja. Wir haben keinen Crime-Stat bekommen. Nein. Aber wir haben die ja nicht getötet. Das war ja der Medical-Wagen. Die hat schlangen. Und da haben wir uns gestern überlegt, eigentlich müsstest du dich so in diese Security-Schranke stellen und sagen, hier ist kein Durchkommen. Erst Waffe ablegen. Mit Ingameboys oder sowas. So. Ja, die Krankenhäuser wurden ja ein bisschen erweitert. Das haben die ja geändert. Oh, guck mal. Entweder ist da jemand geplatzt oder da hat jemand was hingelegt. Das ist ja krass. Ja, kann man jetzt theoretisch einsammeln. Kann man jetzt alles looten. Das ist halt richtig toll gemacht. Bauen wir mal Equipped. Da liegt sogar Mobi-Class. Ich glaube, da ist wirklich einer geplatzt. Hier, guck mal. Da liegt Mobi-Class. Inspekt. Ey, Kai. Hier ist wirklich einer geplatzt. Wir machen jetzt den auf Starsky und Hatsch, oder? Wir untersuchen das Verbrechen. Ich werde das jetzt alles mitnehmen und verkaufen. Nee, leider geht das ja noch nicht. Schande. Aber du kannst was anderes Coole machen dann gleich. Äh, Equip. Genau, jetzt kannst du die Sachen so mitnehmen. Auch mal hier ein bisschen. Die Rucksäcke sind übrigens mittlerweile Gold wert. Und weißt du, was auch gut funktioniert? Das Inventory der Gladius und der Saber funktionieren super. Du kannst jetzt in deinem kleinen Raumschiffchen auch ein bisschen was mitnehmen, in deiner Ein-Mann-Jäger. Cool. Einziger Nachteil ist, wenn du ein Multicrew-Schiff warst, hat jeder nur auf sein eigenes Inventar im Schiff aktuell Zugriff. Ah, das stimmt. Bei so einer Gladius kannst du aber auf mein Inventar zugreifen. Das funktioniert. Mhm. So, warte mal. Habe ich vielleicht auch noch so irgendwo so ein Trektorbeam rumwuseln? So, ich habe jetzt also ein paar Pistolen aufgesammelt. Irgendwo müsste ich... Oh, ich habe sogar den Party-Pico in meinem Inventar, sehe ich gerade. Hi. Welcome. Den müssen wir natürlich mitnehmen. Was wir gestern noch probieren wollten, war ein MPC mitzunehmen, den zu töten und zu gucken, ob man seine Brille looten kann. Aber das hat leider nicht so funktioniert. Ganz wichtig, hier kannst du jetzt die Medikamente kaufen. Ah, okay. Erstens die Pharmasten. Also da gibt es erstmal die klassischen Pens, von Adrenalin über Cortison über Detox, Medpen, Opiopen und Oxy. Okay. Naja, das ist Arbeit, ne? Wurde ich auch mal eine Cortison? Ich weiß nicht mal, das braucht man eigentlich zu sein. Stereogen during emergency situation to help you with life symptoms associated with muscle weakness. Ah, okay. Und dann hast du unter Personal Weapons noch die Attachments. Das Parametfill refill ist geil und das Lifeguard refill ist auch mega gut. Also macht Sinn, von allem erstmal so ein bisschen was mitzunehmen, ja. Na, ich habe in der Regel immer so von allen so ein bisschen fünf Stück mit, aber dadurch, dass wir jetzt hier gerade kein Backpack haben, ist das ein bisschen schwierig. Achso. Also du kannst ja nur begrenzt was in deine Rüstung packen, ne? Das ist es logischerweise. Also du kannst was draußen dranhängen und dann hast du nur so ganz, ganz wenig Space in den Rüstungspanzern selber. Am Anfang waren wir auch alle ein bisschen überrascht, dass wir halt nichts in den Andersjuts packen konnten. Aber macht ja an sich ja auch Sinn, ne? Wenn du nur ein Andersjuts kriegst, hast du ja keinen Platz da dran. Hi. Hi. Ja, moin. Hi. Yay. Die Krankenbetten, die Krankenzimmer sind wunderschön übrigens. Gucken wir uns Othle mal eins an. Auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall sehr lustig drauf sein mit dem, was wir hier kaufen. Das kann ich dir versprechen. So, warte mal. Okay, ich bin zu 87% befüllt. Okay. Wir kommen bitte die Taste 4. Mach mal Rechtsklick. Jetzt nimmst du F. Und wechsel von Basic auf Advanced um. Oh Gott, ist das kompliziert. Okay. Und dann kannst du zum Beispiel überlegen, wem du was geben willst. Also welche, welche, welche Inhaltsstoffe du jemanden geben möchtest. Also da, du guckst, du musst natürlich wissen, was was geht oder du machst einfach unten auf den Auto-Button. Dann kümmert der sich automatisch, wenn du auf jemanden zielst. Du kannst aber mal zum Beispiel die B-Taste drücken. Und jetzt? Drück mal die B-Taste. Nee, nee. Was passiert denn jetzt? Ja, du flachst mich grad mit Drogen voll. Entschuldigung. Dankeschön. Ach, du bist super, Kai. Ich liebe das. Sag mal, mit B siehst du so ein bisschen erstmal so gewisse Grundstatuswerte von dir. Noch nicht viel, weil du noch nicht verletzt bist. Du hast ja keine N-Jury. Du hast ja zwei Anzeigen, eh mal rechts dir und unten links, wo nur ein Jury detected steht, wenn du noch nicht verletzt bist. Wenn du dann eine Verletzung hast, wird dieser Bildschirm noch größer. Das siehst du dann auf die Tierstufen und sowas. Also ich finde das an sich schon ganz cool gemacht. Ist natürlich schwierig, dir das alleine sich beizubringen. Ja, klar. Du brauchst ja ein Studium für. Aber das ist halt nun mal eine Simulation. Das ist auch nichts Außergewöhnliches. Das machen ja viele Spiele so. Ich kann mir gar keine Drogen reinhauen. Keine Sorge. Komm, wir machen das weiter oben. Dann haben wir den Vorteil, dass wir uns gleich ins Bett legen können. Sonst stirbst du nämlich. Warte, ich such mal kurz was. NPCs Drogen kann ich nicht, ne? Nee, aber ich such kurz was. Warte. Ich hab was, Kai. Du kannst ja mittlerweile sogar verletzte Spieler sogar im Betten liegen. Das geht ja auch. Also wenn du am Boden liegst, kann ich dich ja wirklich reinheben. Ja, was hast du denn hier? Aber jetzt leg du dich da mal rein. Wie geht denn das? F? Ich drücke F, aber ich kriege keinen... Ich kann damit nicht... Nichts machen. Sag dir, hast du keine Interaktion? Ah, doch. Du darfst den nicht schieben. Geh mal weg. Geh mal weg. Jetzt. Okay, irgendwann mal. Wir müssen sie einweisen. Wir müssen sie... Die Hangars haben mittlerweile sogar so ein Not-Imagency-Fahrstuhl. Wenn du im Hangar landest und du hast einen Verletzten, brauchst du dann nur eine Trage richtig in den Hangar-Bereich. Und dann kannst du die direkt gleich in die Not-OP transportieren. So, kein Problem. Wir fahren jetzt erst mal nach oben. Bleiben sie ruhig, junger Mann. Alles wird wieder gut. Die Spritze ist nur fünf Zentimeter im Durchmesser. Alles nur halb so viel. Oh Gott. Oh Gott. Aua! 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 Jetzt hab ich auch noch ne gebrochene Rippe. Das kannst du doch gar nicht so schnell hin. Was ist denn das für ne Scheiße? Jetzt geht's auch noch mal in den Kopf. Aua! Schwester! Ich werd misshandelt. Hä, wie willst denn du das so schnell machen? Ich könnte ja aufstehen und mich reinlegen. Nee, ich hab ne Löwe gefunden. Ah! Boing! Ich hab da mal kurz festgesteckt, ne? Kein Problem. Jetzt hab ich die gleiche Sicht wie du. Jetzt seh ich nämlich hinter dir. Das macht Spaß. Ohne Witz. Das ist echt lustig. Okay. Achtung! Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, geschafft. Willst du dir ne Frage stellen? Tag sie was. Äh, ich... Kann ich das? Auch im Bett aus? Ja. Hüppi. Ähm... Ach, tatsächlich. Jetzt bist du aufgestanden. Hä? Wie konntest du aufstehen? Irgendwie ist das... Bett... War das doch immer so klein? Nee, es ist nachdem du aufgestanden bist. Guck mal hier. Guck mal, Training! Training! Oberschenkelmuskel drin. Komm, lass uns mal zur Rezeption gehen. Lass uns mal ein Zimmer für dich suchen. Wo ist denn das hier? Wo kann man sich denn hier in das Krankenbett eintragen? Hier ist das dann... Wo sind die Panels hier oben? Wo das geht? Okay, hier ist das nicht. Boah, ist das weitläufig. Ja, ja, die Krankenhäuser sind groß. Krass. Das geht nur unten. Okay, Kai, wir müssen wieder runter. Hör auf. Ich geh nicht wieder ins Bett. Nein, nein, komm, einfach so. Ich komme, ich komme. Oh. Alles gut. Wo bist du? Drin. Ah, du bist drin. Okay, wir müssen... Schade, ich dachte, es geht auf jeder Etage einzeln. Nee, also das... Erlehn dir schon das Medical Gameplay. Das ist so umfangreich. Marco hat mich gestern Abend privat auch gefragt, ey, Robert, wenn das Ding live ist. Also erst hat Friesker so gefragt, Robert, kann ich dich mal was fragen? Ich so, ja. Kannst du mir das Medical Gameplay erklären, sobald es live ist? Ich so, ja. Es ist auch wirklich umfangreich. Also das muss man zugeben. Also das ist... Weil die ganzen Medikamente, die Situation, die Szenarien, auch die ganzen Tierstufen, das Echo-Trauma haben die, glaube ich, übrigens auch drin. Entweder war das letzte Mal ein Bug oder diese Echo-Trauma-Verletzung gibt es tatsächlich schon. So, die Rollstühle gehen übrigens leider noch nicht. Das finde ich sehr schade. Auch hier, wenn man in die Decke guckt, dieses Gebäude, das sieht ja beeindruckend aus. Ja, ne? Das haben die schon geil gemacht. Also Level-Design können sie. Ja. So. Hier ist jetzt diesen Patienten-Check-In. Ach. Das ist aber noch nicht der Ort, wo du dein Imprint kopierst. Wo müssen wir hin? Welcome Astro-Sam steht da. Krass. Fünfter Floor, also fünfte Etage, Daumen sechs. Okay. Wo ist das Gräkenbett? So. Gefahren. Als du näher warst, ne? Dass die der Szenarien so gut durchdacht haben. So, warte. Oh, mir geht's schlecht. Ich muss mich hinlegen. Okay, 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 okay. Kriegen wir hin? Ja, Herr Doktor ist für Sie da. Sehr gut. Ich habe in meiner fünf Zentimeter Spritze auch einen sehr, sehr langen Bohrer. Einmal... Einmal Fangschuss, bitte. Oh Gott. Ah. Bist du mit drin? Ja, ja, ich bin mit drin. Ich habe es geschafft. Ich kriege mal Panik alleine. Ich muss erst mal gucken hier. So, zack. Fünfte Etage war das gewesen, ne? Ja, fünfte Etage, Raum sechs. Das ist immer putzig. Ich bin ja, du ja auch, diverse Male operiert worden und die haben jedes Mal Probleme, mich einzuschläfern. Weil aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, fängt mein Körper dann voll an, unkontrolliert um sich zu schlagen. Und jedes Mal müssen sie mir mit Gas kommen, mit Lachgas, damit ich dann irgendwann mal mich beruhige und der Körper dann auch zulässt, dass ich dann einschlafe. Hast du Angst vor OPs? Keine Ahnung. Also eigentlich, eigentlich, ich kann da auch nichts gegen tun. Ich sage dir das schon immer so kalt. Also nicht wundern irgendwie, wenn das, wenn sie mich versuchen hier einzuschläfern, fängt mein Körper immer an, um sich zu schlagen. Wahrscheinlich irgendwie so ein Selbsterhaltungstrieb oder sowas. Keine Ahnung. Jetzt ist die Frage, kann ich den Türknopf von hier aus öffnen? Nee, du musst die Tür öffnen. Kannst du Open drücken? Stell dir vor, ah, egal. Steigst du da jetzt aus? Ja, weil ich doch den Türknopf drücken soll, oder nicht? Ach, kommst du da nicht rein aus dem Liegen? Ach, das weiß ich gar nicht. Warte, ich probier's aus. Ey, kannst du das überhaupt noch da rein? Nee. Wieso kann ich denn mich jetzt nicht mehr hinlegen? Doch, jetzt geht's mal. Es geht, es geht, es geht, es geht. Okay, okay, okay. Wir probieren das mal. Dann stell dir vor, Wir haben uns jetzt im Microtech rumgefahren, haben uns an die Bar gestellt und haben dann Drive-In gemacht. Schieb mich mal nach vorne so ein bisschen. Du kannst halt, du musst halt immer... Oh, jetzt steht der immer wieder auf. Soll er nicht. Okay, das ist blöd. Der steht immer wieder auf hier. Egal, da gehen wir jetzt halt ohne Bett rein. Oh ja, vielleicht ist er da drin noch im Bett. So, guck mal. Oh Gott, ich hab Angst. Lern wir wieder rausgehen. Lern wir die Operation hier beginnen, lieber Patient. Lern wir die OP beginnen. So. Oh Gott. Dann legen Sie sich mal rein, junger Mann. Leg screaming thing. Moin. Bitte alles am Mutieren. Ist sowieso hoffnungslos. Das ist ja abgefahren. Medical care. Ah. No injuries detected. Regeneration. Genau. Regeneration. Please visit a different medical facility to update your... Den Rest kann ich nicht lesen. Imprint, bla 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 bla. Ach so, das ist diese Imprint-Geschichte, worüber sie gesprochen haben. Ah, verstehe. Genau, und diese Regeneration. Wir haben unten dieses Patient-Check-In, der Panel, gehabt. Und das Gleiche gibt es auch nochmal für die Regeneration. Aber kein Problem, bleib einfach liegen. Ich kümmere mich gleich mal um dich. Ich will dich gleich mal medizinisch betreuen. Ich habe ein bisschen Angst. Du spritzt mir doch nur Whisky oder sowas. Nee, nee. Kannst du mal bitte den dritten Reiter oben links auswählen? Den sehe ich gerade so unschön. Den dritten Reiter? Du hast ja irgendwas mit Threatment und sowas dort stehen, glaube ich. Also ich habe hier Medical Care und Regeneration und dann das war's. Genau. Und da gehen wir jetzt auf Medical. Und da oben müssten so drei Buttons sein, wo das alles dasteht. Effect Screaming. Danke für den Follow. Nee. Hä? Hä? Siehst du den Bildschirm, den ich sehe? Das ist doch da. 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 Jetzt kommt da ein neues. So. Jetzt regeln wir erstmal die Medikation. Ach du Scheiße. Kann ich auf Auto drücken? Kann ich auf Auto drücken? Nee. Das muss sich ja richtig lohnen hier. Das Problem ist, du musst hier alles noch inseln drücken. Ach nee, ich kann das ja doch verschieben. So. Alter. Jo, easy. Easy. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt geht das mal los. Ah. Ah, das ist ja wie im Horrorfilm hier. Hör auf, diese Geräusche zu machen. Jetzt erstmal bitte aufstehen. Oh nein. Du bist da, deine Heftzahl geht runter, weil du eine Überdosis hast. Ach du Scheiße. Ui. Hast du laufen? Oh. Ey, da wird mir vom Zugucken schon schlecht. Oh Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, ich kotze gleich in den Kaffeebecher. Ey. Oh, da kann ich nicht hingucken. Du musst übrigens gucken, du verlierst jetzt Gesundheit, weil du eine Überdosis hast. Das heißt, du stirbst doch irgendwann. Oh Gott, warte, ich muss mich hinsetzen. Oh, das ist ja nicht ausgehalten. Oh. So. So, wenn du jetzt nochmal mit der 4 das Tool in die Hand nimmst und dann wieder B drückst, dann siehst du, wie viel Lebenszeit du noch hast. So, warte. Drei Minuten nur noch. Was machen wir jetzt mal mit? Im schlimmsten Fall liegt dann hier deine Leiche oder dein Inventory ist dann in deinem, in deinem, äh, du verlierst deine Rüstung nicht. Das liegt dann in dein Inventory. Alles gut. Kann ich denn mich jetzt irgendwie heilen? Theoretisch könntest du dich jetzt heilen, wenn du dich in das Bett legst. Okay, warte, ich probiere es. Willst du nicht die Downstate-Phase rausfinden? Doktor, ich brauche Heilung. Nein. Ich brauche Heilung. Ich muss das Bett belegen. Nein. Nein. Du Arsch. Genau, jetzt fahr wieder runter. Geh da weg. Geh da weg. Christian, macht doch Spaß. Du hast am Anfang so gewettert. Ja, mit dir macht das immer Spaß. Das klingt jetzt auch peinlich. Mit dir kann man so viel Blödsinn machen, aber stell dir vor, du bist alleine unterwegs, dann macht das nicht so viel Spaß. Nee, stimmt. Du musst auf das mit uns mitkommen. Warte mal. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Was muss ich denn jetzt machen hier? Hat er sich schon gekümmert? Dein Drogenlevel ist jetzt auf 0 und deine Gesundheit ist wieder bei 100%. Ach. Ach so? Da musste ich gar nichts machen. Das ist ja cool. Aber so, warte. Ich will dir noch was anderes zeigen. Man kann das auch anders machen. Solange wie du unterhalb dieses roten Bereichs bleibst, kriegst du jetzt zwar trotzdem eine Drogenüberdosis, aber du stirbst nicht. Okay. Am besten du stehst jetzt mal auf. So, jetzt habe ich mich wieder selber zu gedroht, ja? Aha. Warte mal, hast du, hast du, warte nicht, stopp. Ah, jetzt hast du, jetzt hast du wieder eine Drogenüberdosis, weil du das nochmal gemacht hast. Ich wollte das mal ausprobieren. Okay. Okay, jetzt musst du dich wieder ins Bett legen. Oh Gott. Warte. Jetzt musst du dich wieder ins Bett legen. Ich finde auch, Alkohol wird überbewertet. So ein bisschen Drogenüberdosis ist schon irgendwie viel cooler. Kai, du stirbst gerade. Das ist dir bewusst, weil du das nochmal gemacht hast. Aber ja, wir finden es dann irgendwie aus. Das Leben ist so schön. Ja. Wie hat die Verkäufer von euch denn gesagt? Die wünschen uns viel Spaß damit, ne? Hallo, schöne Frau. Oh, hallo, du bist ja noch viel hübscher. Nee, bitte geh weg. Oder Haare? Was, Haare? Das ist Stahl. Da gibt es keine Haare. Warte doch, Püppi, lauf nicht weg. Oh, hallo. Mir hast jetzt rübergehauen. Hier mit ihr kannst du reden. Oh Gott. Warte. Oh, ich muss kurz in die Blume kotzen. Oh, so, jetzt geht es mir besser. Oh, nein, doch nicht. Hi, denn hi. Oh Gott. Hallo. Ich weiß gar nicht, wischen wem ich mich entscheiden soll. Ich nehme dich. Oh Gott. Hey, geh von meinem Bett runter, Püppi. Okay, lass uns beide draufgehen. So. So. Wie viel Gesundheit hast du noch? Was macht sie denn da auf meinem Bett das mal? Weiß ich nicht. Die will halt auch. Das wäre schon cool, wenn sie jetzt so weit wären, dass die KI automatisch in Fahrt drumherum findet. Da haben sie ja schon vor zwei Jahren dann gearbeitet, ne? Dieses Obstakel-Vermeidung. Ja. Wichtige, wirklich wichtige Frage. Wie viel Gesundheit hast du noch? 64 Prozent. Ich lebe noch vier Minuten, nur das dauert noch. Okay, dann warten wir mal, bis wir in die Downstate-Phase gehst. Ich organisiere mal so eine Liege. Ja. Dann werfe ich dich mal auf so eine Liege drauf. Ich hoffe, dass du jetzt nicht wirklich instant stirbst. Weil normalerweise gehst du in die Downstate, es kann aber sein, dass du sofort stirbst. Dann bist du zwar in dein Nachthemd wieder auf der Krankenstation, aber dein Inventory ist, so lange, glaube ich, wie du in der Stadt stirbst, noch in dein Inventar-System drin. Wenn du jetzt im Weltraum sterben würdest, würde deine Leiche dort liegen. Da kann ich dir auch schon was Lustiges dazu erzählen. Ich habe vor ein paar Tagen Bounty, äh, hier wollte ich meinen Crime-Sit hacken. Und da kam Bounty an, der hat mich gekillt im EVA mit einer Handfeuerwaffe. War ich im Knast und so. Eine Stunde später kam ich bei Carrier wieder und habe meine Leiche im Weltraum gefunden. Ach was. Und konnte die looten. Ja, war da. Nach über einer Stunde waren wir noch in genau der gleichen Position im Lernraum. Das war mega gut. Oh, ey. Ohne Scheiß. Mir wird echt kotzen schlecht vor dem Monitor, wenn das so rumschwammt. Ich weiß, aber nicht hinlegen. Nicht hinlegen, Kai. Nein, warum nicht? Ich will warten, bis du umgekippt bist. Oh, ey. Ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Also, das geht gar nicht. Ich weiß, das ist ein Anstieg. Das war ein VR, ne? Das ist furchtbar. Ich bin gleich wieder da. Ja, bis gleich. So, wie ihr seht, Chat, wir haben viel Spaß, ne? Genauso muss es sein. Turokos, guten Morgen. Hi. Ey, die 400i ist schon größer, ja? Die ist höher. Du kriegst jetzt mittlerweile einen Rock rein und einen Cyclone MT. Also quasi der Cyclone MT ist ja der mit der Raketengeschichte drauf und der Frontbewaffnung. Deswegen. Nee, jetzt nicht, Vermi. Private Gesellschaft. Ich bin Astros am Stüme, möchte ich da immer gerne mit ihm alleine sein. Das ist so mein persönlicher, eigener Moment. Dein Spaß ist einfach, es ist halt viel, Astros am Spieltag nicht so viel und da gibt es immer viele Einflüsse und deswegen mache ich das halt lieber mit ihm allein. Kommen wir durch den Aufzug im Hangar direkt zum Krankenhaus? Ja, aber du darfst halt niemand anderen drin haben. Du darfst halt niemand anderen drin haben. So, nur mal ganz kurz gucken hier. Der ist der Issue Report. Trucked by another player. Service. Yes, der war ja, Overdose. Ja, 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 ja. Das ist ein gutes Kommentar, ne? Das ist richtig, Yuki, da freue ich mich auch drüber, aber wenn ich mit Astros am unterwegs bin, das ist immer so unsere persönliche Zeit. Also, wir streamen das zwar, aber ich verhandle das aktuell lieber so. Hey, Vermi, Moin. Hörst du immer gerne? Hörst du immer gerne, das wisst ihr? Aber das ist immer so ein bisschen Privat-Time. Oh. Mach, achso, die haben die ja wendiger gemacht, ne? Warum sehe ich eigentlich... Guck mal, der sieht total pret aus, ne? Oh, der hat richtig Spaß in seinen Helmen. Aber warum sehe ich seine Gesundheit nicht? Das checke ich jetzt nicht. Warte mal, Basic. warum sehe ich das nicht hat auch warte mal nicht zu sehen ja ja ok ich habe angst alles gut ich hoffe es ist alles soweit das sind aber komische annäherungsversuche von ihm das ist schon beabsichtig er holt sich gerade eine tasse kaffee wir brauchen dann auf jeden fall noch ein tractor beam aber full warum kann ich astro sim nicht scannen wo er liegt am boden big body ist er tot ich glaube astro ist gestorben er ist gestorben bitte nicht das ging jetzt ein bisschen zu schnell er lebt noch oder ah das ist aber blöd gemacht weil das problem ist du bewegst ja mit ich bewege ja jetzt quasi astro hast du bist du bist gerade in der downstate phase oder da bin ich jetzt ja hi willkommen zurück ich bin ganz grau ja ja ich will es ich will es ich will es ich will es und ich will dich ja liebsten auch in dieses bett jetzt hieven aber das spiel sagt irgendwie nee ich lass dich seltsamerweise immer fallen das ist ja witzig auch mit diesem ähm der blinzelt die ganze zeit ne mach so die augen zu ja ich will es aber ich will dich die ganze zeit eigentlich einsammeln aber der lässt dich immer wieder fallen eine runde mit robert entweder tot oder knast du hast die wahl hä warum kann ich dich nicht was ist das denn für eine scheiße kann ich denn jetzt irgendwas machen hier steht ein text hold em to activate a rescue beacon and offer a reward of 10.000 alpha wie ich sie ist dir das nie wert dein leben doch locker aber was ist mir noch keine ich komme ach so du hast den akzeptiert ja ja vielleicht kannst du mich jetzt hochheben ja tü tata tü tata 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 wie bei den minions so ein blaulicht auf den kopf setzen weißt du was das coole jetzt eigentlich ist ich könnte dich jetzt zum beispiel schon looten in dieser phase ne ich kann das looten und ich kann dich jetzt ausziehen warte mal du kriegst doch du kleine geile sau du willst mich ausziehen ja du kriegst doch gar nicht genug luft warte mal ich zieh dir mal kurz den helm aus warte warte hier helm aus zack weg liegt jetzt in meinem inventar habe ich jetzt mitgenommen aber das ist ja abgefahren was du erzählt hast dass du dann da eine stunde später hin bist und dein avatar schwebt ja da noch im weltraum ist ja abgefahren woran sehe ich denn jetzt wann ich sterbe ich habe hier nur diesen grauen bildschirm die schrift kann man kaum lesen da steht eine uhrzeit eigentlich da wenn du stirbst ich kann nichts erkennen bist du schon tot ich bin mir noch nicht sicher ob du schon tot bist um ehrlich zu sein ich kann dich nicht aufsammeln warum kann ich nicht warte mal ich mach das mal anders vielleicht ein bug ich kann ihn ins gesicht gucken kai erstmal so guck mal Richtung Boden super danke guckst du jetzt wirklich Richtung Boden ja jetzt gucke ich wieder nach oben oh Gott oh Gott es dreht sich es dreht sich alles der sammelt sich echt nicht ordentlich ein jetzt hätte ich die Chance gehabt und jetzt wählt der aus dass ich mich hinlegen soll was für ein Knallvogel alter ey ach man wir haben ein Medical Tool aber ich will kai in das Bett legen hä das ist doch richtiger das ist doch richtiger Nonsens ey das könnt ihr mir doch nicht erzählen ach so der lässt sich halt immer wieder fallen ne gerade war sie nicht rot gerade habe ich sie gesehen dann schleifst du mich in den OP Raum packst du mich an den Kragen dann kommst du mal mit wir brauchen keine Betten betten was für Weicheier ah für richtige Weicheier ne ich habe übrigens ich bin in die in die klassische Falle der des Beziehungstodes reingelaufen ey wieso und nachdem ich jetzt inzwischen 15 Jahre mit meiner Frau zusammen bin bin ich immer noch nicht schlauer geworden die ganze Zeit so wir schenken uns nichts ne nein nein ja ich habe nichts für dich sagt er sie zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag ich sage ich auch nicht ja dann ist ja gut und am Abend vorher Montagabend hast du wirklich nichts für mich ich sage ne scheiße und dann musste ich mir Vorträge anhören ja aber ich habe dir das immer alles gesagt was ich haben will ich sage was wie wo wie gesagt ja ich habe mein Tablet hier liegen lassen und da hättest du nur mal reingucken müssen ich sage ich gucke doch nicht in deine Accounts rein für was hältst du mich aber das ist so klassisch ich hätte die Falle ich hätte sie sehen müssen die Falle ich habe mich da in Sicherheit gewiegt bin ich am Dienstag früh aufgestanden ich weiß der Rewe hier macht um 7 Uhr auf und die haben so eine Blumenabteilung die machen echt schöne Sträuße dann bin ich da hin und habe für 20 Euro so einen recht umfangreichen Rosenstrauß geholt war dann auch in Ordnung noch ein paar Raffaello dazu hat sie sich gefreut habe noch so einen schönen Tisch dann bereitet mit Kerzen drauf und so weiter puh aber in die Falle laufe ich nicht nochmal rein wenn sie sagt wir schenken uns nichts ne ja nein nein nini ist klar ich finde das gerade das ist natürlich das ist natürlich wie immer ne ja wie echt man irgendwann ich habe mir gedacht egal ich kriege dich nicht hoch Kai du bist mir echt leid ne also ah ich bin so doof ne jetzt was hast du gemacht Bedienungsfehler komm Kai schnell bevor du wieder umkippst komm mit komm mit oh Gott du musst in dein krankenbett ja wieso kannst du mir nicht ein krankenbett hier hinstellen ich kann nicht gerade ausgehen ich kann dich nicht reinheben weil du dich immer wieder umwirft achso du willst dich reinlegen ja das können wir auch machen darüber können wir reden warte ich ich oh ich nehme das andere Bett warte oh Gott ich habe vergessen ich habe vergessen ich habe vergessen bei dem Pool du bist eingültig tot ich bin umgefallen also noch liege ich hier kann ich dich jetzt anheben kannst du mich mal kurz wieder ein bisschen zudrogen weg body jetzt kann ich dich reinlegen ja ah Kai ah ja ich habe das noch nie gemacht ah ist das cool ah 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 liebe Community es ist nicht das was ihr denkt ey scheiße wieso gehst du nicht mal im Bett ey das ist so moppeln ey du weigerst dich doch nur wieder hier das ist ja geil du kannst dir jemanden wirklich in die Hand aufs Bett legen das ist ja geil ja aber jetzt bin ich ja irgendwie wieder runtergefallen ich lege schon wieder mit dem Gesicht auf den Boden und gucke die Bodenflüsen an ich tut das dir daran weil das Bett noch unten ist liebe meine Mann und mir nur dass mein Mann mir was kauft und ich nichts habe obwohl wir jetzt immer wieder sagen dass wir uns nichts kaufen brauchen ja das ist ja okay die Situation hatte ich auch schon deswegen habe ich gesagt ich mache ernst so wir schenken uns nichts war sie dann sehr enttäuscht nee dann war ich hatte ja was dann war sie ja ganz glücklich also es ging ja nicht um es ging einfach um die Geste um die Geste genau ich leg dich wieder rein okay halte durch oh Gott deine leeren Augen aber das also genau das hatten wir auch schon dann haben wir mal gesagt wir schenken uns nichts ich habe was gekauft weil ich irgendwie Bock darauf hatte und dann ach ich dachte wir schenken uns nichts so jetzt habe ich das wirklich durchgezogen war auch wieder falsch also egal wie Mann ist immer auf verlorenem Posten ich will es nicht ich will es nicht sagen auch wenn das gerade eine gute Unterhaltung ist aber dein dein Name über deinen Kopf sagt gerade der kreiselt so okay ach du Scheiße ich sehe es du bist glaube ich ein bisschen bewusstlos ich kann ich kann warte mal warte 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 ich helfe dir so ich mache wieder ich gebe wieder 10.000 aus ich kriege dich nicht ins Bett also ich kriege dich jetzt zwar reingelegt warte kannst du es vielleicht nochmal schnell angucken nein jetzt bewegst du das Ding ich bewege gar nichts guck mal jetzt lege ich dich wieder rein ich habe alle Hände an der Kaffeetasse hey halte durch ich halte durch Karl das gibt mir doch nochmal irgendwie meine kleine Prinzessin das funktioniert nicht was ist das für eine Scheiße ich habe Kreislaufstörungen aber so richtig du hast es geschafft ich bin stolz auf dich ich liege unter dem Bett also ich muss sagen ich finde das schon cool wie der dich aufhebt es ist schon nicht schlecht gemacht wenn er dann mal im Bett liegen bleiben würde wäre das ja alles schön ja da gibt es nur eine Möglichkeit hast du mich zugedroht ja aber jetzt schnell Kai jetzt musst du dich beeilen komm mit ja ich komme ich kann ja nicht geradeaus laufen komm woher müssen wir denn wir müssen wieder in das Medikationszimmer okay ich komme oh Gott lauf weiter nicht festhalten einfach weiterlaufen du bist lustig versuch mal in dem Zustand geradeaus zu gehen das geht ich habe Übung darin hier musst du draufdrücken auf open schnell nicht dass du wieder abgehst ich habe Übung darin sagt er ich kann nicht ich kann nicht scheiße wir müssen ein neues Patientenzimmer aussuchen für dich wir müssen wieder runter kannst du dich jetzt hier reinlegen nee doch ja ich habe eine Idee ich habe eine Idee Kai pass auf oh Gott wir machen das jetzt anders okay wir machen das jetzt ganz ganz anders durch den Hangar genau wir werden uns erstmal Kai die Treppen runterschieben was ich sage dir wir werden nur hierbleiben heute ich garantiere das ja es ist halt Medikill Gameplay echt da bauen sie hier noch schnell mal eben einen Krankenhaussimulator rein in diese Space Simulation unglaublich na es ist halt alles so wie es sein soll es wird noch viel schlimmer Kai trust me wird eine vollumfangliche Second Life Simulation die Meinung haben wir ja schon länger es macht ja auch keinen Sinn für was anderes die Planeten so auszubauen da muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen so geht es hier noch gut ja ich lebe noch also gut ist relativ aber ich lebe noch okay wir sind jetzt hier irgendwo hier unten ich bringe sie zur Transit okay okay und dann wir schaffen das irgendwie haben sie Vertrauen zu mir ja ich bewege mich extra ein bisschen schneller wir kriegen das alles hin sterben sie mir jetzt ja nicht weg wie ist das Alter schon fortgeschritten und so und Cholesterin aber ja Cholesterin vor allem das sind übrigens keine Treppenstufen das ist eine Rolltreppe nicht dein Ernst du Scheiße na toll na toll oh hey jetzt bin ich schon wieder tot Scheiße wirklich? ja also tot nicht aber in diesem Downstate weil du mich die Treppe untergeschoben hast okay warte mal ich heil dich mal kurz oh warte ich bin in 15 Sekunden tot ah ne jetzt nicht mehr ne steh mal bitte Z steh mal bitte auf fuck okay jetzt musst du halt so mitkommen das müssen wir jetzt halt so hinkriegen oh Gott wann hört denn das mal auf oh Gott na gar nicht weil ich dich da mit Drogen vollstopfen muss damit du am Leben bleibst ach so scheiße jedes Mal wenn ich dir jetzt Gesundheit gebe wirst du mit Drogen vollgestopft ach du Kacke ich komme wir müssen nur wir müssen pass auf wir müssen wir müssen wirklich ohne Witz wir müssen nur zum Hangar kommen wenn wir dann da sind gehen wir in den Hangar und dann regeln wir das anders oh Gott hab ich sowas mieses ja ich kann den Typen jetzt auch mit Drogen vollstopfen soll ich das Problem ist du das zwei Sekunden beeil dich du musst hier rein ich komme ja ich ich hast noch acht Sekunden Kai gibst dir Mühe ja stress mich nicht rein da los zwei eins ja ja wir haben es geschafft ja oh Gott ich muss mich hinsetzen nein doch nein du musst gleich wieder aufsteigen Kai bitte hier halt dich hier halt dich hier fest hier ist ein grüner Griff für dich okay wo da aha okay warte du brauchst noch ein bisschen Drogen merke ich nein ah hier wird er schön oh Gott du das sieht aber aus wenn er richtig Bock drauf hat ach du scheiße ich sehe tote Menschen es ist klar alles vorbei ich verspreche es vor allem die Lichter siehst du wie schnell sich die Lichter bewegen ja viele Lichter viele Lichter oh Gott ja mit einem PC geht das leider nicht das haben wir auch schon probiert oh Gott so betrunken war ich schon lange nicht mehr mein Gott ist mir schlecht ich frage wann hast du das letzte Mal so viel Spaß mit dem Spiel gehabt jetzt raus ja 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 ich hab's geschafft links rum links nicht das nicht rechts links was verarscht mich auch noch hier wir sind bald da wir haben es bald geschafft oh Gott gut fallen von euch gesehen hat so keine 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 was gesehen hat dass er euch lang gelegt hat achso wir sind da haben uns gegenseitig gestützt denke ich mal so wo muss ich denn hin oh Gott ist das ein MPC oder ein Spieler Hallo mitkommen hey achso Herbert ist nicht für dich du bist die Gisela hallo Gisela wir waren noch nicht mal Alkohol trinken wollen wir noch schnell ein Bier trinken gehen in den Rallys Bar nein oh Gott wenn ich in so einem Zustand bin lege ich mich hin und stehe nicht mehr auf und ich muss ja durch die Gegend laufen oh Gott ich hab schon speissige Hände ich find das ich find das halt das ist halt das Schlimmste was du immer machen kannst wenn du was getrunken hast dich hinzulegen das ist immer das Schlimmste Fußbremse ansetzen und dann geht das was ist denn eine Fußbremse naja Fuß aus dem Bett und auf den Boden stellen dann dreht sich die Welt auch nicht mehr achso ich kenne das nicht so deswegen also bei mir funktioniert das nicht achso okay ich kenne das mit Fußbremse nicht überhaupt nicht das ist mein Lebensalter schon so häufig gewesen früher okay ich bin ein Prozent ich bin was ganz Besonderes weißt du was das mies wäre wenn jetzt ein anderer Spieler kommt und dich nochmal vollpumpt wie viel Gesundheit hast du noch ausreichend okay wann willst du wieder los um 10 haben wir ja gleich 10.30 Uhr aber krass wie schnell die Zeit wegen dem bisschen vergeht wir sind noch nicht mehr im Weltraum gewesen ey ich will geradeaus gehen der geht rückwärts die Treppe runter ey scheiße weißt du was jetzt auch noch witzig wäre wenn du jetzt noch einmal frieren wärst parallel da kommt dir noch ein Effekt hinzu ja das wäre halt Spaß also ich finde das amüsant ich nicht oh geh doch bitte mal geradeaus warte mal in 10 Sekunden geht's noch lass doch die Tür offen lass mich rein oh Gott geschafft jetzt? hast du dir gerade auf deinen Anzug ja okay warte ich hole ein Bett für dich ich hole ein Bett für dich warte ich bin da wieder da okay oh Gott wo sind wir denn hier im Hangar ach so ach man kann jetzt die Strafen im Hangar bezahlen ist ja cool das gibt du aber schon länger das wusste ich gar nicht ich habe mir diese Terminals immer irgendwo in den Landezonen gefunden gesehen okay ich setze mich jetzt hier hin ach noch ich komme Koi du da 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 ja einmal einlegen ey du bist schon ey du hast so gebrochen du bist von oben bis unten scheiße du bist schon ein bisschen ekelig kriegst du es hin? nee hier steht irgendwie Gurney must be stationary ah nee jetzt 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 ja 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 guck dir euch mal an der Kai hat sich richtig vollgebrochen von oben bis unten ne so lieber von einem Straßenrand zum anderen als in ein Zimmer erwachen das du nicht kennst in einer Stadt wo du keinen Plan hast wo du hingekommen bist von Warengold das ist dir doch nicht passiert na das ist doch vernünftig das ist noch niemand von uns passiert ich bin aber auch schon irgendwo aufgewacht wo ich nicht wusste wo ich bin das war das eine Mal wo ich im Leben besoffen war so richtig hackedicht okay Kai ich kann dich auf diese Reise es leider nicht begleiten oh Gott das hört sich ja gruselig an und nun? guck nicht ins Licht ne ist gleich alles ist gleich vorbei Kai alles ist gleich vorbei guck nicht ins Licht oh Gott jetzt ist der Bildschirm schwarz ja jetzt war es mit dem Licht jetzt kommst du ins Jenseits ich bin jetzt Brandworth Care Center ach so das ist so ein Schnellaufzug oder wie so ein mhm das ist abgefahren das heißt man kann sich da noch in sein aus seinem Raumschiff Raums schleppen und dann direkt einliefern lassen ne das ist schwierig weil das Problem ist du brauchst jemanden zweiten dafür du kannst dann du kannst dem Fahrzeug nicht du kannst dann Fahrstunden nicht bedient oh Gott endlich mir geht's wieder gut ich komm mal kurz zurück und dann ich glaub ins Weltall kommen wir heute nicht mehr weil du wirst hast du bestimmt Bock auf eine neue Rüstung ähm ach geil ich hab so ein so ein OP-Kittel an mhm es ist verrückt wirklich es ist verrückt dieses Spiel glaub mir wenn das irgendwann du wirst glaub mir du wirst das selber in ein paar Jahren wenn es fertig sein wird das wird so abgedreht sein dieses Game und siehs mal positiv du bist dann schon Rentner ja ich hab dann richtig viel Zeit ich nicht aber Rentner müssen da ähnliche wohnen mit ihrem Geld die können ja den Stream unterstützen dann hab ich auch viel Zeit so ich komm mal hier runter mein schlimmstes Superlebnis war dass ich früh mit einem Kollegen in Amsterdam vom Zug vom Zugbegleiter geweckt wurde oh Gott das ist ja auch nicht so positiv wir treffen uns übrigens bei den Comments äh Comments wo sind die denn jetzt Nico guten Morgen so ich muss erstmal hier aus dem Krankenhaus rausfinden das hab ich schon mal geschafft äh Aspire Grand wo muss ich denn hier hin hier sind die bunten Federn das ist falsch oder ach doch ich musste es zu den bunten Federn um da mit dem Aufzug runterzufahren ne genau so war das ja ich glaub der Chat hat auch schon ganz schön viel Spaß das hier sich zuzugucken aber wie du schon gesagt hast Kai wir haben einfach immer viel zu wenig Zeit füreinander ja aber immerhin schaffen wir es mal so zwischendurch das ist richtig oh was ich komm grad nicht klar Nachwirkung ja wahrscheinlich mir ist immer noch kotterig ähm ne ich bin halt ich weiß nicht wo ich hin soll äh du fährst jetzt bis ganz nach unten ach da Metroloop oh Gott wer lesen kann ist klar ein Vorteil ich finde das ist nicht flüssig bei mir sind das auch bloß 30-40 FPS alles klar oh das ist der Zug der Zug ist weg also 45 Sekunden dann kann ich mir mal was anziehen in 314 habe ich hier 50-60 Frames hier komme ich jetzt gerade mal auf 30 das ist nicht unbedingt sehr angenehm ich finde das nicht flüssig ja ich habe 50 Frames das ist nicht so richtig toll da ist irgendwas was noch nicht so richtig stimmt ich bin mal fein weil es in 314 deutlich performanter läuft so ich warte hier eigentlich kein Problem das machen wir gleich immer mit der Ruhe Kapsule now approaching station so ich steige es hinzu ich bin gekommen genau ich habe übrigens gestern sogar NPCs verladen so jetzt probiere ich das nochmal zieh doch bitte mal irgendwas an Bräuchschirme jetzt sieht nichts an du musst das nachtelnd das ausziehen das habe ich ausgezogen okay dann steigen wir was in den Zug aus erstmal ja gleich bin nur unterwegs also die Frames ich möchte mir wissen was da im Hintergrund los ist dass die so schlecht geworden sind weil normalerweise hatte ich immer so um die 60 70 Frames ja außer Horizon ja aber außen hatten wir mittlerweile auch schon unsere 40 also ich zumindest 40, 45 und 3, 14 schauen wir mal schauen wir mal hallo hallo ja du nackeldei ne lass dich jetzt anziehen ach sonst willst du mich mal ausziehen und jetzt kommt doch mehr so ich mache mein Inventor offen was sehe ich zuerst deinen Arsch alter der dreht die Kamera mal hinter deiner Popobacke positioniert das ist doch echt ich drücke hier immer auf Equip und dann setzt sich nichts an warum hast du denn solche Probleme bei mir löftet alles oder ist der Server schon wieder broken also ich kann hier nichts ja bei mir löft alles also ich kann noch Sachen gut ich probiere mal den doch der Andersuit funktioniert ich wollte halt irgendwie Hose und und T-Shirt und sowas anziehen und Jacke aber das macht er nicht ach Zivilkleidung ja der musste denn Andersuiters ausziehen der war ausgezogen ich war doch gerade nackig Bursche boah shit so machen wir das halt so Cloud Moin guck mal wie Cloud ist hier ne oh hallo hast du schon deine Arbeit für Sam erlebt zu früh ich merke schon ach jetzt kann ich die Filter nicht anwählen ich lasse es ich bleibe so wie ich bin ja die Filter da musst du immer mit der Bildlaufleiste relativ weit oben sein ok aber guck mal ich lege dir mal kurz was auf den Boden ja dein Helm oh danke schön bitte schön wir hatten viel Spaß mit Cloud glaub mir ich glaub Kai hätte gar nicht gedacht dass das Medical Gameplay so lustig werden kann ja da machst du was mit ja dieses ganze ähm verbuggte Item geraffelt das finde ich noch nicht so richtig Storing Unwail aber wieso kann ich nicht aufheben ähm nimm das mal in die Hand ähm das ist ja komisch ich glaube das geht nicht weil du den Inventarslot frei hast rap jetzt machen wir das Inventory auf ja und jetzt ziehen wir das Inventory äh zieh das mal jetzt in die einfach gucken ob du den Helm von der Hand ins Inventory ziehen kannst das ist nämlich noch ein bisschen klanky da gebe ich mit Not enough available SCU äh in das Local Inventory nicht in das Character Inventory ach so ah das hat funktioniert ok genau du brauchst halt das Ding braucht immer diesen diesen physischen Zwischenschritt wenn du zum Beispiel keinen Helm aufgesetzt gesetzt hättest in dem Fall hättest du den Gleit ich bin so froh über das 30k recovery jo aber es ist leider noch nicht dabei das ist schade leider ist das noch nicht drin ich hatte so große Lust Kai an diese NPCs zu nehmen in das Schiff zu schieben und zu töten und zu looten wie ihre Ausrüstung so ok dann kauf mir noch mal ganz schnell was ein jeder holt sich von uns noch ein Traktorbeam guck mal die stehen schon alle da die holen die oh Gott die KIs die drehen manchmal sich auch im Kreis ich musste hast du den Clip von Minio und mir schon gesehen als wir denn seine Leiche im Greycat transportiert haben ne oh den musste ich dir am Ende den musste ich dir denn zeigen der ist mega mega gut der wird dir gefallen warte mal wo ist denn den Sinn wir haben das Greycat PTV haben wir als haben wir als ich glaube das ist falsch hier ne doch ist richtig haben wir missbraucht als Leichentransporter mhm das war sehr unterhaltsam dann hat Minio sich reingesetzt auf die Leichen das war auch sehr ja das war auch sehr unterhaltsam echt hinter mir ist noch so ein Terminal ok so habe ich eigentlich gerade nur so ein Traktorbeam mehr 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 ich brauche noch ein Backpack ne gibt es dir hier auch das ist eine gute Frage warte mal Armory ja Backpacks ja hier gibt es welche ganz kleine ah ne die für 76 Grad sind ja kleine das heißt 2 steht hier na gut mit klar es gibt ja noch ganz große die haben übrigens die Navikov und die Pampok Ammo überarbeitet diese Kälte und Hitze Armory ist auch überarbeitet worden von CLG mega gut wenn du mich fragst was ich hier gerade geholt habe ist das ist das das Mining Tool Traktor Beam Mining Tool genau brauchen wir dafür sehe ich meine Backpacks nicht mehr oder was also ich muss noch Backpacks filtern damit er mir die Backpacks anzeigt er zeigt dir manchmal nie alle Items an ich glaube das hat was mit der gesamten Menge der Items zu tun die du besitzt oder auf die du gerade zugreifen kannst okay gut aber es kann sein dass du das das große Backpack nicht tragen kannst weil du nur einen leichten Brustpanzer hast da musst du jetzt auch aufpassen das ist ja das was im Inset erklärt hat wenn du dich hast du ja übersetzt weißt du ja eigentlich gucken ne kann ich nicht equippen kannst du den kleinen equippen den du kaufen konntest den ursprünglichen Moment muss ich kaufen das Ding wo war denn das Armory wo hatten die jetzt meinen Multitool hingepackt ich dachte hoch dass der überarbeitet ist dann vielleicht täusche ich mich doch gerade Nico ich hab dir nochmal bei Whatsapp geantwortet leg den nicht an was leg den nicht an den kleinen also ich kann es auf Equip drücken also hat er denn jetzt meinen Multitool auf den Boden geworfen aber er leg den nicht an ich kann auch das Multitool nicht anlegen was soll das denn was ist denn wenn du ein Multitool kannst nicht anlegen weil du schon ein Multitool hast ach so okay aber den Backpack wenn du ihn bei Hand hinten auf diesen Slot ziehst wird das dir dann nicht angezeigt ne ich probier es nicht wäre doch zu groß aber es ist ein Size 1 gehen wir mal aus dem Bild Entschuldigung so ich probier es nochmal aber mir wird auch dieser runde Kreis nicht angezeigt dann kannst du ihn nicht ausrüsten aus irgendwelchen Gründen auch immer dann kannst du ihn wahrscheinlich ist das okay der ist vor Size 1 aber ist der Medium oder ist der Light 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 Backpack dann verstehe ich es nicht er ist aber bescheuert ich weiß das auch nicht aber ich klo warte mal genau also die Magflex Core die du ja trägst ne ist nicht die Magflex Core ich weiß gar nicht hat denn überhaupt dein Brustpanzer die Möglichkeit einen Rucksack zu tragen kann ich das auch erkennen genau wenn du mit I drüber hoverst eigentlich wenn du mit I machst das Inventory auf und hältst mit dem Maus über dein Brustpanzer und dann in der Textbox unter der Temperatur steht Backpack Compatibility ja steht hier Light dann check ich es gerade nicht hast du irgendwas drauf hinten schon ist das Schlot schon belegt ne ja ist halt alles noch ein bisschen buggy ne ich kenne die ganzen Bugs nicht ich habe die nicht einmal mit der EpoCardie gehabt ich kann auch das höchstens ich kann es drücken wie ich will da passiert nichts ich kann es höchstens gucken dass du nochmal das Tau so Ding runter nimmst und nochmal neu drauf ziehst das kannst du höchstens nochmal probieren 30 FPS der Filter funktioniert doch wieder nicht call me Ikea Boy danke für dein Follow moin achso jetzt weil wenn man ganz hoch gescrollt hat geht's aber ah doch jetzt er hat ein Lightbackpack ja das ist der gelbe kleine hier ist das Lightbackpack ausgeschrieben sagt er zumindest also das ist äh der hier und der sagt Core Compatibility All also der sollte eigentlich überall funktionieren also da sollte er definitiv drauf gehen da bin ich mir ziemlich sicher dass der da passt ja aber Kai macht da wieder Fasching ja ich versuche gerade mal eine andere Rüstung wo ich größeres Backpack irgendwie nutzen könnte theoretisch ich wünsche dir was die Arme werden mir nicht also es ist alles totales durcheinander mit da haben sie noch ein bisschen was zu tun hier es ist ein totales durcheinander ja das stimmt die Sortierung sind echt schlimm es geht gar nicht um die Sortierung ich habe mir gerade ich wollte mir die Arme also die die Armteile auf die Rüstung ziehen aber es wird mir als Rüstung angezeigt also die die Grafiken stimmen nicht zum tatsächlichen Objekt genau ja und hier wird mir zum Beispiel Beine angezeigt und das ist tatsächlich der Horror Hilm Helmet oder Horror Helmet Hilm Horror Helmet so und so weiter also ein totales Kuddelmuddel na egal so jetzt habe ich ein Rüstung oder Dings Backpack auf dann lass ich mal irgendwas tun ja lass uns mal was Lustiges schnell tun jetzt müssen wir ganz schnell wieder zum Hangar weil so viel Zeit haben wir gar nicht mehr es ist ja du brauchst einfach viel zu viel Zeit für diese neuen Features du musst ja eigentlich mindestens also ich merke das jedes Mal wenn ich Evocati teste der erste Evocati Bild ist draußen und ich hänge zwei Stunden irgendwo drin dann habe ich in zwei Stunden nicht mal das erste Feature erkundet mittlerweile das ist das ist einfach du brauchst eigentlich mindestens schon den ganzen Tag so sechs Stunden acht Stunden musst du dich eigentlich hinsetzen und dich damit beschäftigen ja heftig so viel Zeit habe ich nicht nee das kommt dann später in der Rente aber hast ja vorher gesagt vielleicht hört Icons stimmen nicht zum Teil genau das haben wir ja das müssen sie noch durch aber ich sag mal das ist auch wenn das ein bisschen buggy ist mit den Inventory es ist seit langem eine der besten Tier-Null-Iterationen die wir gesehen haben vom Medical Gameplay will ich gar nicht anfangen das ist das beste das ist die beste Tier-Null-Iteration die wir bis dato gesehen haben ich habe mit dem Medic Gameplay bisher null Bugs gehabt außer halt ist das mit den Hinlegen in einem Batch ja aber das ist ja allgemein Animationsfehler oder Rekorditätsprobleme sind Das war's für heute. So, dann probieren wir noch was lustiges aus. Das machen wir jetzt schnell. Hast du denn schon ausgerüstet mit dem Backdoor Beam? Nein, ich glaube nicht. Komm erst mal raus. Ich würde gerne. Geht man sich die Tür auf? Einfach durchlaufen. Ah, okay. Wir haben 30k. Bei mir stehst du immer noch in dem Zug drin. Wir haben einen 30k. Ah, super. Schön. Ach, ist das super. Ja. Gehen wir raus, quit game. Oder beziehungsweise exit to menu, ne? Ach, Menno. So, 30k, ne? Muss auch sein. Aber es reicht ja. Wir haben ja noch theoretisch 20 Minuten. Theoretisch. Das sollte eigentlich reichen. Dann müssen wir halt das durch sprinten. Das ist immer schade, ne? Mit der Zeit. Das ist immer schade. Ja, ja. Wir müssen aber einmal das Spiel neu starten. Ganz neu? Also ganz raus gehen? Ja, 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 ja. Dann tue ich so. Quit game. So. Und dann einfach wieder neu starten. Lounge. Lounge-Game. Äh, Wobberdog? Ich hab das grad gesehen im Discord, das mit diesem umgeworfenen Tisch. Gefällt dir das nicht, dass CRG wegen diesen Drogenverabreichen eine Sperre einbauen will? Oder wie muss man das deuten? Äh. Hast du... Ich seh grad viele Leute, mehrere Leute schreiben mir rein, die haben das Goodie-Pack noch nicht bekommen. Ja. Die haben leider das Goodie-Pack noch nicht bekommen. So, bist du schon auch schon Hauptmenü? Ich bin eben gerade angekommen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Rock und Orange macht mich ja fertig. Ja, das ist, ich sehe es auch schwierig aus der Lore. Da bin ich halt bei dir. Ich hätte das Ding jetzt nie extra wegen den Rock 20 Zentimeter höher gemacht. Aber die Leute wollen ja auch ihr Cycling im Tee da reinpacken. Ich will gepackt, das ist schon okay so. So, bin da. Ich noch nicht. Da jetzt. So. Wo bist du denn? Der mag er gar nicht. Ich deine auch nicht. Lass uns einfach am Hauptlift unten treffen. In der Lobby. Ich muss mich gleich wieder duschen gehen. Das war so anstrengend. Das besoffen seiner. Oh Mann. Bin ich mal gespannt, wo du hier unten rauskommst. Ach, da sehe ich deinen Marker. Hallo. Hallo. Jetzt müssen wir echt sprinten. Jetzt müssen wir hier Gas geben. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe bei Star Citizen? Dass sie diese Medical Betten, dass sie die nicht als Hoverbikes gebaut haben. Stimmt. In der Zukunft. Klar, Räder sind zwar irgendwo verlässlich. Aber vor allem wegen unwegsamen Gelände, wie den Treppenstufen zum Beispiel. Ja. Toll, hätten wir ja gar nicht so Rennen brauchen. Da hätten wir auch noch locker ein Espresso trinken gehen können. Oh, ein Espresso. Ich finde, das ist echt eine reine Verarsche, diese Dinger. Wieso? Das ist ein Spuckschluck. Ich finde es lecker. Ich mag das. Ja, lecker schon. Aber das Problem ist, ich bin ein großer, großer, dicker Mann. Bei mir ist das immer so. Ist das nicht an meinen kleinen Finger? Und dann ist das alles verdrängt. Für mich ist so ein Espresso, weiß ich nicht. Das ist für mich schon so ein bisschen... Ein bisschen eine Verarsche. Ich finde es krass, dass da für Preise aufgerufen werden. Als ich früher noch regelmäßig geflogen bin, beruflich, am Flughafen mit doppeltem Espresso, da hast du ganz geschmeidig mal 8,9 Euro für hingelegt. Ist das schlimm? Für nichts. Wollt ich dir mal zeigen, was mega fies ist? Was machst du denn da? Ach so! Du Wichser! Drogen! 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 Das ist nicht nett! Das ist nicht nett! Ich habe doch gar nichts gemacht. Verstehst du? Mit anderen Kranten Zug sich hier gegen zu fahren, ist echt nicht geil! Das ist ja übel! Du kannst hier voll deine Mitspieler mobben. Aber ab 50% kann er mir einen Crimestad geben. Oh! Weil ich den 50% unter Drogen gesteckt habe, ne? Ja gut, das ist dann auch nicht wirklich schlimm, oder? Im Crimestad 1. Ich weiß gar nicht, wie hoch der ist, ne? Die Capsule wird in den Stadion geblieben. Was machst du? Da kommt der Slam mit mir in den Fahrstuhl rein? Ne, ne. Der hat Angst vor dir. Aber lass uns schnell in seinen Fahrstuhl mit reingehen. Nein. Ja, ja. Ach, wir nehmen den hier. Oh! 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 Oh, diese Drogen. Du Arsch! Aber es sind noch unter 50%, ne? Ach, du Scheiße. Komm, Kai, lass uns losrennen. Ja. Der kommt schon irgendwann nach. Oh, ist das fies. Echt? Aber Kai lacht selber. Kai findet das selber an mich. Ich kann das nicht gutheißen. Ja, 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 ja. Ich kann das nicht gutheißen. Da musst du jetzt ja ständig aufpassen, um dich irgendein Verrückter dich gerade mit Drogen zugepumpt, ne? Richtig. Aber ich habe, aber ich hätte es so, ist automatisch gewesen, also er könnte jetzt nicht daran flöten gehen oder so. Guck mal, jetzt das nächste Opfer. Holst du jetzt die 400i, oder was machst du? Ja, ganz schnell. Ja. Ganz schnell. Es ist einfach, es ist einfach verrückt, sage ich dir. Es ist halt einfach verrückt. Ich meine, was will er denn machen, ne? Also... Kannst du das auf den eigenen Char reindrücken? Kann ich genauso machen, ja. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz... So, kannst du... Hm? Kannst du dir kurz den Traktorbeam mal holen? Shit, wir haben hier gar kein Medical... Was ist da hinten? Äh, Traktorbeam ist ganz einfach. Du müsstest quasi das... Multitool... Mhm. Nimmst du quasi, rüstest das aus. Und am besten du legst den Traktorbeam in deinen Rucksack rein, oder in deine Rüstung. Ach, den soll ich gar nicht in der Hand halten, ja? Nee, der Traktorbeam, der kommt ja rein in das Multitool. Okay, wo willst du denn hin? Ich gebe das, was wollen. Ach so. Dann, ähm, gucke ich mal. Also... Filter... Utility... So, hier ist das Multitool. Und das Ding müsste unter Attachments zählen. Traktorbeam. Und dann ziehe ich den Traktorbeam auf das Multitool, oder wie? Ey, das könnte auch funktionieren. Das müsstest du mal testen. Also bei Waffen funktioniert das, dass ich Attachments so drauf hasten kann. Beim Traktorbeam weiß ich das jetzt nicht so. Nee, funktioniert nicht. Dann pack dir den Traktorbeam in das Inventory, in dein Charakter-Inventory rein. Ah, in das Backpack, ne? Ja. Okay. Okay, jetzt habe ich beides im Backpack drin. Nee, das Multitool kannst du dir schon auf den Anzug legen. Das ist... Ach so, ja. Das ist doch mal ein Anzug. Ach so. Ich habe zwei davon. Genau. Jetzt machst du das Inventory wieder zu. Ah, verstanden. Okay. Jetzt habe ich die Batterie rausgenommen. Hä? Das ist irgendwie auch strange. Na, egal. Mal gucken. Okay, ja, funktioniert. Ach so. Aber die Batterie ist alle. Hä? Ich verstehe gar nicht. Das machst du, wenn du der Multitool in der Hand... Du musst eine Batterie reinmachen, ja, klar. Die Batterie hat er gerade rausgenommen. Mach die wieder rein, ganz normal. Ich werde verrückt. Wie kann das aber nicht aus? Warte mal. Äh, dann macht das anders. Hast du die Batterie im Rucksack? Genauso wie den Tractor-Bien? Ja, ich habe sie jetzt gerade an meinen Typen gehängt. Kann ich das irgendwie jetzt... Mach mal... Mach mal F-Customize auf den Tractor-Bien, wenn du die in der Hand hältst. Ah. Inspect, Place, Custom... Ach, Customize. Okay. Und jetzt? Du wirst eigentlich customizen können. Also bei mir geht das zumindest immer. Ja, ich kann aber nicht die Batterie hier reinpacken. Aber ist die Batterie nicht eigentlich... Dieses weiße Tool da? Ich habe gerade keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt... Also wenn ich jetzt... Dann lege ich dir einfach mein Multitool auf den Boden. Hä? Jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Guck mal. Ich habe ja schon zwei. Ich habe da gerade eine Wache drauf geschoben mit dem Container. Das ist halt schon crazy. So, lass uns mal runtergehen. Achso, jetzt hat er... Achso, jetzt fährst du grad mit hoch. Okay, dann fährst du jetzt mit hoch. Ah, jetzt hat es, glaube ich, funktioniert. Ah. Okay, dann komm doch mal runter. Die Wache lassen wir mal da oben drauf. Ähm, wo bist du? Achso, ich stehe immer noch im Aufzug. Aber bei dem Trackerbeam ist... Rechts wird mir ein rotes Kreuz angezeigt. Das Ding hat keine Energie, ne? Ne, da ist dann Gewicht dran und ein rotes Kreuz. Achso, das ist ein Gewicht. Okay. So, jetzt schnappen wir uns den Ding hier. So, komm mal mit. Dann nehmen wir das Ding in die Luft. Ja. Und jetzt erschlägst du ein paar Mal damit diese Wache. Richtig mit Schwung. Das müssen wir jetzt ein paar Mal machen. Leider Gottes. Und dann irgendwann liegt der Typ, liegt die Wache am Boden. Wir haben gestern schnell bei 10 Minuten drangehangen. Okay. Und dann kannst du die quasi looten. Okay. Check mal, wie viel Hälfte der noch hat. Geht das? Oh, der hat noch viel zu viel. Der hat noch viel zu viel. Das dauert noch sehr lange. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Wie viel hat der jetzt noch? Der hat jetzt noch... 98%. Drauf. Drauf. Der hat leider noch 98%. Schade. 98%. Das ist das Blöde. Wiebald er draufsteht, kannst du die Kiste nicht mehr verwenden. Okay, warte, wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten. Okay, lass uns an Bord gehen. Lass uns hier was... Lass uns noch schnell eine Knifte einsammeln. Ich hab eine Knifte, das ist okay. Lass uns schnell vor den Armbruch gehen. Dann töten wir halt mit den NPC, wenn wir ihn haben im Universum hier. Also irgendwie wie im nicht überwachten Raum. Oh, das geht jetzt alles deutlich schneller. Das haben sie wirklich gepolisht, ne? Krass. Ich mag die Kleine. Die ist echt schön so. Oh, wo bist du? Ach, da. Hoffentlich haben die den nicht langsamer gemacht. Boah, mit. Ah, das ist... Okay. Ich finde den super, den Fahrstuhl von der Geschwindigkeit. Ja, auf jeden Fall. So müsste das auch bei der Carrack sein. Ja. Ich mag die Brücke. Die ist nicht so platzverschönderisch. Ja, wie bei... Das kekst mich bei den Crusader-Schiffen an. Die sind mit den Stuhl hinuntergefahren. Aber eigentlich ist das so ein Blödsinn. Ja, das ist manchmal echt ein Blödsinn. Das stimmt. Das dauert jetzt wieder 500 Jahre hier. Ja, das geht doch. Das ist ein recht kleines, schlankes Schiff. Du weißt, deswegen verstehe ich nicht, warum es hier auf die Idee kommt, dass das Schiff bei der Aquila oder bei der Corsa mitmischt. Deswegen schreien die jetzt alle so rum. Der Schiff ist doch gleichzusetzen mit der Aquila und mit der Corsa. Wieso hat denn das Schiff so kleine Bewaffnung? Maul. Jo. Das sieht gerade so cool aus mit dem Sturm über uns. Du siehst fast gar nichts. Ach so, du stürzt ab, du stürzt ab. Hey, ich stürzt noch nie ab. Äh, fliegst du noch? Ja. Bei mir stehst du auf dem Deck von der Landwirtschaft. Oh nein, haben wir jetzt wieder ein 30K. Ah, sieht so aus. Ich wollte doch jetzt die Wache mitnehmen und erschießen. Und dir eine Rüstung schenken. Hat nicht geklappt. Nein! Ah, ist das ärgerlich. Ich zeige dir, wo ich stehe. Warte mal, ich such dir noch mal den Clip raus. Den habe ich ja im Fexy vor kurzem mal geschickt. Ich bin im Menü. Ich gehe jetzt raus. Das ist sowieso vernünftig. Ach, da hast du jetzt gestanden. Krass. Ist natürlich heftig. Wo ist denn hier Fexy? Ah, ich habe es ja damals mit ihm in den Twitch-Chat geschickt. Warte, ich such das noch mal. Der ist witzig. Der wird dir gefallen. Ja, so siehst du, Katschen, jetzt können wir gleich gemeinsam noch mal spielen, wenn ihr wollt. Jetzt können wir das gleich machen. Aber wenn ich mit AstroSim unterwegs bin, wir haben immer so wenig Zeit füreinander und da ist es einfach wichtig, dass wir da in dem Moment nicht so viel Trouble und Hickack haben und so, wisst ihr? Das ist dann einfach entspannter für uns alle. Wolltest du mir das per Discord schicken oder hier im Stream angucken? Ja, ich habe es dir bei Discord geschickt. Okay. Guck, was machst du da? Was ist das denn? Das ist ja eklig. Ja. Oh Gott. Das ist ja eine Leiche. Also wir sind halt, also Vortest war halt, dass wir eine Bombe von einer A2 so 20, 30 Meter vom Boden abgeworfen haben. Und die ist halt nicht explodiert. Die ist halt nicht explodiert. Und dann haben wir mit einem Panzer drauf geschossen und mit einem Panzer mit dem Schuss ist das Ohr durchpassieren. Und dann sind wir gegen die Bombe gefahren. Und dann habe ich einfach, dann habe ich einfach irgendwas gemacht, um die Leiche an das Auto zu kriegen. Ich saß als Beifahrer in dem Auto drin. Ich bin schon drin. Und habe mit dem eine Leiche geparkt und ich habe Drag Body gemacht. Und dadurch habe ich die Leiche quasi in das Auto gezogen. Ja, damit er den Kopf die ganze Zeit dreht. Das ist voll widerlich. Und dann ist mir nur eingestiegen. Gegen Ende wird das richtig gruselig. Mich würde mal interessieren, wie Astro im Spiel selber klarkommt und was er sich vielleicht noch für die Zukunft vorstellt. Vielleicht wäre er eine Idee für ein Video, da er nicht allzu viel spielt. Ja, das könnte man sich überlegen. Weiß ich nicht. Wie vieles Jahr dort klarkommt. Ich glaube, wenn du wirklich, wenn du das erste Mal in Star Citizen bist und du hast niemanden. Du bist verloren. Du bist verloren, genau. Ja. Du bist einfach verloren. Deswegen. Das würde auch ich jetzt so sehen. Also wenn ich jetzt einsteigen würde in Star Citizen, ich glaube, ich wäre am Anfang ziemlich, ziemlich verloren. Bis 3.14 wäre das für mich alles ziemlich easy. Aber jetzt ab 3.15 mit dem Inventory-System, das wäre vielleicht noch machbar, weil Inventory öffnest du immer mit I. Da kommst du eigentlich relativ schnell von alleine drauf, wie das halt läuft. Aber was das Medical Gameplay betrifft, ich glaube, da wärst du ab 3.15, wärst du da, wenn du neu bist und niemanden hast, der dir hilft, du wärst da richtig aufgeschmissen. Ja. Du hättest da keine Chance. Das denke ich auch. Na gut, Robert. Haben viel gelacht, war schön. Dankeschön. Ja. Dann bin ich auch so. Wieder in diesem Theater, ne? Das Theater war wunderbar. Es muss auf jeden Fall eine Fortsetzung geben für das Schauspiel. Auf jeden Fall. Ich hau da mal in den Sack. Hau mal in den Sack. Viel Erfolg heute. Schönes Wochenende für mal. Jo, tschüssi. Danke, dass du da warst. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao. So, Chat. Und ihr guckt jetzt hier nochmal. Ciao. Und ihr guckt jetzt hier nochmal. Tschüssi. 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 Tschüssi.